Fünf vor zwölf an einem Samstag. Auf den Straßen von Georgetown drängten sich die Menschen, die zum Einkaufen gekommen waren. Die Sonne schien warm, der Wind blies lebhaft und erfrischend und kräuselte die Wasseroberfläche auf den nahen Potomac. Viele Bootsbesitzer waren unterwegs und erfreuten sich an dem Wetter. Alles in allem ein schöner Tag, um das Leben zu genießen. Aber ein paar Leute dachten nicht über das angenehme Wetter oder vergnügliche Unternehmungen nach. Sie beschäftigten andere Dinge. Oliver Stone, der über den vollen Bürgersteig schlenderte, war einer von ihm. In seiner Tasche steckte der Gehaltscheck vom Friedhof M.T. Sein, auf dem er als Verwalter arbeitete. Sein Ziel war eine Bank in der luxuriösen Mall, dem Einkaufszentrum an der M Street. Er würde den Scheck gerade noch vor Schalterschluss einzahlen können. Stones Einkommen war nicht gerade üppig und deshalb musste er sorgfältig mit seinem Geld umgehen. Aber er hatte keine großen Bedürfnisse und wohnte kostenlos in dem kleinen Verwalterhaus auf dem Friedhofsgelände. Es gefiel ihm, von den Toten umgeben zu sein. Sie waren ein ruhiger Haufen für ihn. Er hatte in seinem Leben so viel Aufregendes erlebt, dass er für alle Zeiten genug davon hatte. Ein Stück hinter ihm ging ein anderer Mann, versteckt von einer Gruppe übermütiger Mädchen im Teenager-Alter, die sich mit vollen Einkaufstüten aus teuren Läden abschleppten. Mit ihren Smartphones verschickten sie eine SMS nach der anderen. Ich denke, Jugendliche kommunizieren fast nur noch auf elektronischem Wege. Eines der Mädchen schickte ständig Nachrichten an ihre Freundin, obwohl die Nähe mir ging, als wäre es irgendwie uncool oder eine Zumutung, sich einfach umzudrehen und mit ihr zu reden. Der Mann, der den Mädchen folgte, war Will Robbie. Er schaute zum Himmel und beobachtete die Seemügel, die dort kreisten. Es war ein schöner Tag, der dazu ermutigte, alles Mögliche zu tun. Aber Sterben gehörte nicht unbedingt dazu. Andererseits gab es nie einen guten Tag zum Sterben, überlegte Robbie. Aber man hatte keine andere Wahl, was den Zeitpunkt anging. Manchmal kam der Tod, weil ein anderer es so geplant hatte. Solch Pläne wegen hätte Robbie schon mehrmals fast ins Gras beißen müssen. Das letzte Mal lag erst kurze Zeit zurück und er konnte nicht behaupten, dass ihm so etwas besonders gefiel. Er warf einen Blick auf Oliver Stone, der ungefähr fünf Meter vor ihm ging. Stone trug ein weißes Haar, ganz kurz geschnitten. Er war ungefähr 1,90 Meter groß, fast fünf Zentimeter größer als Robbie, und so hager, dass er beinahe unterernährt aussah. Ein trauriges Zeugnis für den allgemeinen Gesundheitszustand in den USA, überlegte Robbie. Wenn ein schlanker älterer Mann einen augenblicklich auf den Gedanken brachte, er würde unter irgendeiner Krankheit leiden. Zumal Robbie wusste, wer Oliver Stone war und dass man ihn keinesfalls unterschätzen dürfe. Auch wenn Robbie selbst kein unbeschriebenes Blatt war, wusste er nun so gut, dass Stone sich gegen fast jeden und alles behaupten konnte. Stone betrat die Mall. Robbie löste sich von den ausgelassenen Mädchen, folgte ihm mit zehn Schritten Abstand und beobachtete, wie er die Stufen zum Erdgeschoss des mehrstöckigen Einkaufszentrums hinauffeilte. Von dort führte ein Gläser einer Fahrstuhl in die oberen Etagen. Doch Stone ließ den Aufzug links liegen. Stattdessen stieg er schwungvoll die Stufen zur nächsten Etage empor, bog ab und ging weiter. Robbie folgte ihm und ließ den Blick schweifen, um alles aufzunehmen, was er sehen musste. In der Mall herrschte immer viel Betrieb, nur nicht in jenem Bereich, auf dem Stone nun zuhielt. Dort befanden sich die Banken und ein paar andere Lähe, die gleich schließen würden. Direkt neben dem Eingang der Bank führte ein langer Gang zu den Toiletten und Wartungsräumen. In diesem abgeschiedenen Teil des Einkaufszentrums waren die weniger gut besuchten Geschäfte angesiedelt. Hier befanden sich sozusagen die billigen Plätze. Aber Banken waren ja bekanntermaßen genügsam, sah man von den Vorstandsgehältern ab. Also war das hier die perfekte Lage. Deshalb hatten Banken auch immer so viel Geld, die gaben nicht so viel aus, wie unbedingt nötig. Stone betrat die Bank und nickte dem Sicherheitsmann am Eingang zu. Der Bursche war ein schon älteres Semester, mit weißem Haar und beachtlichem Bauch, der das Hemd seiner Uniform gewaltig straffte. Er schaute auf die Uhr. Stone lächelte. Keine Sorge, Charlie. Ich brauche nur zwei Minuten. Sie wissen schon, dass Sie Ihr Geld auch am Automaten draußen einzahlen können, Oliver. Ich habe es lieber mit richtigen Menschen zu tun. Woher soll ich wissen, dass die Maschine meinen Scheck nicht frisst? Charlie schmunzelte. Ich wette, Sie haben kein Online-Konto. Sie reden von diesem Internet, nicht wahr? Ich habe davon gehört, habe es aber noch nie benutzt. Ich benutze es auch nur meinen Enkeln zuliebe, erwiderte Charlie. Ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, mich auf einer Seite wiederzufinden, die man Facebook nennt oder Gorgle. Schönes Wochenende, Oliver. Ihnen auch. Charlie steckte seinen Sicherheitsschlüssel ins Schloss und drehte ihn nach links. Eine massive Sperrwand mit dem Namen der Bank und ihrem Logo senkte sich vor den Gläsern an den Eingang. Charlie führte den Schlüssel zurück in die ursprüngliche Position und die Wand blieb auf Augenhöhe stehen. Charlie würde geduldig warten, bis die Kunden ihre Bankgeschäfte erledigt hatten. Er konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen, um sich das Spiel Virginia gegen Alabama anzuschauen. Anpfiff war um eins. Stone stellte sich an der Schlange beim nächsten Schalter an. Vorhin warteten andere Kunden. Hinter der kugelsicheren Scheibe aus Polycarbonat standen drei Bankangestellte, zwei Frauen und ein Mann. Stone schaute nach rechts und sah einen relativ jungen, dunkelhaarigen Burschen in einem schlechtsitzenden Anzug, der in einer kleinen Glaskabine saß. Die Aufschrift auf dem Glas verkündete, dass es sich um den Filialleiter handelt. Stone hatte den Eindruck, dass der Typ jeden Moment einschlief. Die beiden weiblichen Angestellten bedienten Kunden, während ihr männlicher Kollege Geld zählte. Links vom Schalter außerhalb der kugelsicheren Glaswände befand sich der Tresor, dessen dicke Stahltür geöffnet war. Stone drehte sich um, als Will Robby sich unter der teilweise gesenkten Sperrwand hindurchduckte und die Bank betrat. Aber das war auch nicht nötig. Stone beobachtete Robby in einem Sicherheitsspiegel, der in der Ecke an der Decke montiert war. Er hatte Robby nie zuvor gesehen, aber seine Erfahrung verriet ihm, dass der Typ nicht gekommen war, um Bankgeschäfte zu tätigen. Er war's taun bereits draußen auf der Straße aufgefallen. Und nun fragte er sich, was der Bursche hier wolle. Interessiert er sich für mich? Dachte Stone. Und wenn ja, wie soll ich reagieren? Charlie, der Wachmann, quittierte Robbys Erschein in der letzten Minute mit einem leicht genervten Stirnrunzeln. Offensichtlich hatte er gehofft, dass keine weiteren Kunden mehr auftauchen. Das Footballspiel lockte und Charlie wollte sich nicht entgehen lassen, wie die Hookies aus Virginia der favorisierten Crimson Tide aus Alabama ein Arschtritt verpassen. Robby reihte sich nicht in der Schlange ein. Er ging zum Informationstisch und blähte ein paar dort ausgelegten Broschüren durch. 48 Sekunden später verkündete die Uhr an der Wand die Mittagsstunde. Charlie drehte sich um, wild entschlossen, eine weitere Gruppe Besucher abzuweisen, die die Bank betreten möchten. Heute wurden keine Kunden mehr bedient. Einen Augenblick später schmeckte Charlie sein eigenes Blut im Mund. In diesem Sekundenbruchteil war er bereits tot. Er wusste es nur nicht. Sein Angreifer hielt den Mann aufrecht, während er starb. Sein Kumpan drehte derweil den Schlüssel im Schloss, ganz nach links, und die Wand senkte sich vor dem Eingang. Nach wenigen Sekunden war das Bankinnere vom Rest des Einkaufszentrums abgeschnitten. Robby hatte sich in dem Moment umgedreht, als die Klinge Charlies Halsschlagader durchtrennte. Er hätte die Waffe gezogen, aber da zeigten bereits zwei Pistolen auf ihn. Vier Personen standen im Eingang. Sie trugen blaue Kapuzen-Overalls. Nun schlagen sie die Kapuzen zurück. Darunter kamen schwarze Schiemassen zum Vorschein, die ihre Gesichter verhüllten. Einer von ihnen schob einen Wäschewagen, der mit einem Tuch abgedeckt war. Robby entging nicht, dass die maskierten Männer Maschinengewehre und Pistolen trugen. Das war eine Menge Feuerkraft für einen Überfall auf eine Bankfiliale. Einer der Angestellten sah, wie Charlie zum Boden stürzte, als sein Mörder ihn losließ, und schrie gallend. Alle drehten sich um. Alle außer Stone. Er beobachtete das Geschehen im Überwachungsspiegel. Methodisch musterte er jeden der Bewaffneten und nahm so viele Informationen auf, wie er konnte. Fraglos war das eine schlimme Situation, aber das hieß nicht unbedingt, dass sie nicht zu bereinigen war. Die Kunden und die Bankangestellten erstarrten, als die Waffen auf sie gerichtet wurde. Eine der Vermummten hielt einen Finger auf die Lippen und kam näher. Sein Name war Adam Case. Er war der Amtführer der Bande. Alle mal zuhören, sagte Case. Ich bin ein einfacher Mann. Auch die Regeln sind einfach. Ihr tut, was wir sagen, dann könnt ihr gehen. Tut ihr nichts, erlebt ihr den Sonntag nicht mehr. Er zeigte auf den toten Charlie. So wie der da, Case zeigt auf die Angestellten hinter der Glasscheibe. Immer schön eure Hände sehen lassen. Drückt einer von euch den Alarmknopf, den Stumm oder den anderen, ist jeder hier drin tot. Die beiden Frauen und der Mann sahen aneinander an und hoben langsam die Hände. Gut, dann kommt jetzt da raus, ihr drei, und stellt euch zu den anderen. Sie rührten sich nicht. Ein zweiter Bewaffneter setzte sich in Bewegung und hielt Stone die Pistole an den Kopf. Na los, oder ich puste dem alten Sack hier das Hirn aus dem Schädel. Einer der Angestellten entriegelte die Tür und sie kamen nacheinander heraus. Vielen Dank, sagte Case höflich, betrat den Schalter und untersuchte die unter dem Tisch verborgenen Alarmknöpfe. Keiner war aktiviert worden. Er blickte zu den Angestellten. Klug von euch. Der zweite Maskenträger verpasste Stone ein Kopfnuss. Gratuliere, Opa. Du darfst noch die paar Jährchen leben. Er war Opa, erwiderte Stone mit einem Blick auf den toten Charlie. Ich bin es nicht. Dann ist heute ein Glückstag, sagte der Mann und gab Stone noch eine Kopfnuss. Stones Kiefer spannte sich kaum merklich, als der Bursche ihn das zweite Mal schlug. Robbie bemerkte es und er wusste, dass Stone den Mann töten würde, wenn er die Chance bekam. Okay, sagte Case. Alle stellen sich an die Wand auf. Er zeigte nach rechts. Die Geiseln gehorchen. Dann wurden sie methodisch durchsucht. Sämtliche Handys, Tablets, PCs und andere Geräte zur Kommunikation wurden eingesammelt und in den Korb geworfen. Als man Robbys Waffe fand, hielt Case sie hoch. Warum hast du sie dabei? Ist Ryan Cobb? FBI? FBI? Er nickte einem seiner Männer zu, der Robbie nach einer Dienstmarke durchsuchte. Aber vergeblich. Aber er entdeckte Robbys Waffenschein. Ich bin nur ein gesetztreuer Bürger, sagte Robbie. Case warf einen Blick auf das Dokument, fuhr herum und verpasste Robbie ein Schlag ins Gesicht, der ihn beinahe zu Boden schickte. Ich kann gesetztestreue Bürger nicht ausstehen und jetzt zurück an die Wand. Case versetzte Robbie einen Stoß. Wenn du Ärger machst, erschließe ich dich, haben wir uns verstanden. Robbie stolperte zur Wand, neben Stone, und rieb sich an den Kiefer. Einer der Bewaffneten holte Kabelbinder hervor. Die Geiseln wurden paarweise an den Händen aneinandergekettet. Robbie und Stone bildeten eines der Paare. Jetzt hinsetzen, sagte Case und schwenkte die Maschinenpistole. Alle hockten sich auf dem Boden und lehnten sich an die Wand. Während einer der Maskierten die Geiseln bewachte, machten die drei anderen sich an die Arbeit. Mehrere große Taschen wurden aus dem Wäschewagen gezogen. Die Bankräuber hatten den Schlüssel aus dem Eingangsschloss gezogen und den Einsatzschlüssel im Schalter konfisziert. Es gab keinen Ausweg nach draußen. Case warf einen Blick auf den offenen Tresor. Dann wandte er sich dem Filialleiter. Der Tresor muss um Viertel nach zwölf geschlossen sein, sonst weiß die Hauptstelle, dass irgendwas nicht stimmt. Er schwenkte die Waffe. Also mach! Stone schaute Robbie an. Dann Case. Der Filialleiter war an eine Kundin gefesselt. Als er sich erhob, musste die Frau zwangsläufig mit ihm aufstehen. Man drängte sie zur Tastatur neben der Tresortür. Die Waffe an der Schläfe. Tippte der Filialleiter die erforderlichen Zahlen ein. Die gewalttätige Tür schwang langsam zu. Die Verriegelung rastete ein. Danke, sagte Case. Bitte tun Sie uns nichts, stieß der Filialleiter schwer atmend hervor. Case verpasste ihm eine Ohrfeige. Du hältst die Klappe, es sei denn, du wirst etwas gefragt. Wir gehen jetzt das Schließungsprotokoll der Bank durch, damit die Zentralstelle glaubt, dass hier alles in bester Ordnung ist. Los! Case führte den Filialleiter und die an ihn gefesselte Kundin ins Büro. Sag uns die Protokolle und die Passwörter, befahl Case. Mein Kollege hier gibt sie ein. Eine falsche Angabe und du bist tot. Wieder hielt er die Mündung seiner Waffe an seinen Kopf des Filialleiters. Stone und Robby beobachteten, wie einer der Vermummten sich an den Schreibtisch hinter der Glaswand setzte und auf der Computertastatur eingab, was der verängstigte Filialleiter ihm sagte. Dann verschickte der Vermummte vorab autorisierte E-Mails mit speziellen Passwörtern, die bestätigten, dass in der Filiale alles in Ordnung war. Stones Blick glitt zu den dritten Bewaffneten. Er war etwas kleiner und schmaler von Statur und war gerade damit beschäftigt, irgendwelche Geräte an der absenkbaren Wand vor dem Eingang zu befestigen. Als sich dabei die Skimaske im Nacken ein Stück in die Höhe schob, saß Stone dort eine Adler-Tätowierung. Ein Seitenblick verriet ihm, dass auch Robby auf den entblößten Nacken starrte. Das war ein Fehler, dachten beide Männer gleichzeitig. Ein großer Fehler. So gut wie ein Fingerabdruck. Case brachte die beiden Geiseln zurück zu den anderen. Okay, auf dem Bauch und das Gesicht zur Wand, befahl er. Sofort! Stone schaute Robby an. Robby erwiderte den Blick. Beide Männer schienen den jeweils anderen Sturm einzuschätzen und ihm dann eine Botschaft zu übermitteln, das Angebot, ein Bündnis zu schließen, das die beiden möglicherweise überleben ließ. Die Geiseln wälzten sich herum und legten sich auf den Bauch. Stone und Robby sorgen dafür, dass sie aneinander die Gesichter zuwandten. Die haben den Tresor geschlossen, raunte Stone. Robby nickte. Was haben die Typen vor? Erwiderte er ebenso. Stone schüttelte andeutungsweise den Kopf und hielt inne, als sich die Mündung einer Maschinenpistole zwischen seine Zähne schob. Ich glaube nicht, dass ich ihr irgendwelche Kommunikationen erlaubt habe, oder? Stone und Robby schauten nach oben. Case erwidert die Blicke. Wenn ihr Probleme machen wollt, sagte er, können wir das auf der Stelle regeln. Er zog das Messer, an dem noch immer Charlies Blut klebte und hielt die gezackte Klinge ans Throns Hals. Sie schnitt in seine Haut und Blut tropfte zum Boden. Case zog das Messer zurück und richtete sie wieder auf. Ein Augenblick starrte er auf die beiden Männer hinunter. Dann wandte er sich wieder ab und ging. Zehn Minuten später erschien er wieder bei den Geisel. Hoch mit euch. Ins Hinterzimmer. Mühsam erhoben sich alle und wurden in das Hinterzimmer getrieben, das man als kleinen Konferenzraum ausgestattet hatte. Die Tür wurde von ihnen verschlossen. Stone und Robby blickten sich um. Warum hier rein? fragte Robby. Weil sie da draußen irgendwas tun, was wir nicht mitbekommen sollen, erwiderte Stone. Er ging zum Flairleiter, der starr vor Angst, vor sich hinmurmelte, während die an ihn gefesselte Kunden betreten zum Boden blickte. Was lohnt sich hier zu stehlen, das nicht im Tresor ist, dachten sie sich. Der Mann schaute ängstlich zu ihm hoch. Wir dürfen nicht miteinander reden. Die bringen uns um. Charlie, haben sie schon getötet. Ich weiß, aber wenn wir leise sind, können sie uns hier nicht hören. Außerdem scheint es denen egal zu sein, ob wir reden oder nicht. Sonst hätten sie uns recht schon längst gefesselt und geknebelt. Sind sie Polizist? fragte einer der Angestellten. Sie mochte Ende 20 sein. Sie hatten eine Waffe dabei. Nein, ich bin kein Cop, antwortete Robby. Und selbst wenn, diese Kerle haben jetzt sämtliche Waffen. Aber können sie denn gar nichts dagegen unternehmen? Flehte die Frau. Nein, zischte der Flairleiter. Wir müssen tun, was sie sagen. Wenn wir das nicht machen, bringen sie uns um. Die haben bereits jemanden ermordet, sagte Stone. Vielleicht wollen sie ja keine Zeugen zurücklassen. Wir haben ihre Gesichter nicht gesehen, hielt der Flairleiter dagegen. Und die an ihm gefesselte Kundin nickte. Also können wir sie nicht identifizieren. Wir unternehmen gar nichts, fauchte der Flairleiter. Nichts. Er setzte sich in eine Ecke und zwang die an ihm gefesselte Frau das Gleiche zu tun. Dann starrte er auf seine Hände und mied die Blicke der anderen. Stone und Robby ließen ihn sitzen und sahen sich im Schalterraum um. Es hat ein Telefon gegeben, aber das war genauso entfernt worden wie das Faxgerät. Stone sah ein paar Möbelstücke, zwei Blicke Drucker an den Wänden und ein Krug Wasser mit ein paar Gläsern auf einem Buffet. An einer Wand befanden sich mehrere Buchsen für das Telefon und das Fax, sowie USB-Ports. Die waren gründlich, meinte Robby. Offensichtlich kennen sie den Grundriss. Robby nickte. Und sie wussten über die Bankprotokolle Bescheid. Die Tresorschließung und alles. Ja, sie sind gut vorbereitet, aber sie hätten Charlie nicht töten müssen. Das wird sie teuer zu stehen bekommen. Stone wandte sich an eine Bankangestellten. Was könnten diese Leute wollen, das nicht im Tresor ist? fragte er außerhalb der Hörweite des Filialleiters. Die Frau blickte nervös zu ihrem Chef. Stone raunte. Er hat das Recht auf seine Meinung, aber das heißt nicht, dass er auch Recht hat. Ich habe gewisse Erfahrungen in solchen Dingen und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass diese Männer uns am Leben lassen. Mit zittriger Stimme sagte die Frau, wir haben eine Lieferung Blanco-Kreditkarten bekommen, ungefähr 10.000 Stück. Sind sie nicht im Tresor? fragte Robby. Noch nicht. Sie wurden erst heute geliefert. Wir wollten sie nach Schalterschluss in den Tresor bringen. Sie stehen in den Pappkartons im Lager. Blanco-Kreditkarten. Die Frau nickte. Man könnte sie stehen und dann verkaufen. Verbrecher könnten sie mit falschen Identitäten versehen und dann kann man sie als legale Karten weitergeben. Aber wenn die Bank über den Diebstahl nicht Bescheid weiß, wird sie dann nicht alle Karten sperren? Wenn diese Leute die Karten gebrauchsfertig machen, bevor die Bank davon erfährt, könnten sie vorher noch hohe Summen abbuchen. Sie könnten die Magnetstreifen auf der Rückseite, auch mit gestohlenen Konten, neu kodieren, damit hatten Banken schon in der Vergangenheit Probleme. Auf diese Weise verlieren sie Millionen von Dollar. Stone schien nicht besonders überzeugt zu sein. Was noch? Da wären noch die Kundendaten in unseren Computern. Die könnte man kopieren und verkaufen. Oder man kann kodiert damit Bankautomatenkarten oder Kreditkarten damit drucken. Oder man versieht gestohlenen Karten mit einer neuen Kodierung. Das könnte es sein, sagte Stone. Jetzt war es Robby, der nicht überzeugt aussah. Aber könnte man sich nicht genauso gut von außen in die Computer der Bank hacken? Warum herkommen und jemanden umbringen? Jetzt haben die Typen eine Mordanklage am Hals. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, sagte die Frau, die jetzt am ganzen Körper zitterte. Sie sah aus, als müsste sie sich jeden Moment übergeben. Sie müssen einen Schluck trinken, sagte Stone. Gemeinsam mit Robby durchquerte er den Raum, füllte ein Glas mit Wasser und brachte es der Frau. Sie dankte ihm und trank es aus. Stone und Robby ließen sie stehen und zogen sich zurück in eine Ecke. »Hören Sie das?«, fragte Stone. Robby nickte. »Hört sich an, als würde jemand sägen. Ich glaube nicht, dass Sie sich einen Weg in den Tresor sägen. Nicht mit einer Handsäge. Und hätten Sie den Tresor ausroben wollen, hätten Sie ihn nicht geschlossen. Die Blanco-Kreditkarten sind in Kartons verstaut, fügte Robby hinzu. Für einen Karton braucht man keine Säge. Das bedeutet, dass Sie von hier aus in einen anderen Raum wollen. Schloss Stone fragt sich nur, was für ein Raum das sein könnte. Stone blickte Robby an. »Kennen Sie den Grundriss dieses Einkaufszentrums gut?« »Nein, nicht besonders.« »Ich schon. Ich komme seit Jahren zu dieser Filiale und ich bin schon oft durch die Branche spaziert, obwohl mir die finanziellen Mittel fehlten. Was gibt es denn in der unmittelbaren Umgebung? Was könnte ein mögliches Ziel sein? Auf der Etage unter uns gibt es ein Juwelier,« erwiderte Stone. »Daneben ist ein Pelzladen. Juwelen sind leichter zu transportieren als Pelze,« meinte Robby. »Aber sind diese Läden geöffnet? Das Pelzgeschäft hat samstags geschlossen. Der Juwelier schließt heute um zwei. Also könnte es jeder von Ihnen sein,« sagte Robby. Er schützte die Lippen. »Glauben Sie, Sie wollen uns umbringen?« »Ich will nicht so lange warten, bis ich es herausfinde,« erwiderte Stone, »musterte Robby. Gefällt Ihnen Ihr Job?« Kühl erwiderte Robby den Blick. »Mein Job?« »Wann haben Sie den Auftrag bekommen?« »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Stone blickte ihm in die Augen. »Wirklich nicht?« »Ich dachte, dass Sie offensichtlich...« »Was meinten Sie damit?« fragte Robby. »Sie wollten heute ein paar Bankgeschäfte tätigen. Solche Dinge erledige ich immer samstags. Aber Sie haben vorher behauptet, nie zuvor hier gewesen zu sein. »Nein, ich habe gesagt, ich kenne den Grundriss des Einkaufszentrums nicht.« Stone lächelte. »Mein Fehler?« Aber seinem Blick vermittelte Robby das Gefühl, dass er derjenige war, der einen Fehler gemacht hatte. Stone warnte den Kopf, als sich die Tür öffnete. Es war Case. »Nur, um das nochmal klarzustellen,« sagte er. »Wenn Ihr kein Ärger macht, Leute, dann passiert Euch auch nichts. Im anderen Falle schon.« Er starrte Robby und Stone an. Dann suchte sein Blick den Flialleiter. »Du kommst jetzt mit.« Der Mann wurde leicht und blass. »Aber ich habe nichts getan. Ich habe nur hier gesessen.« »Sofort.« Case richtete die Pistole auf ihn. Der Flialleiter kämpfte sich hastig auf die Füße. »Und denk dran, ich brauche keinen Grund, um Dich umzulegen,« fügte Case hinzu. Er schnitt ihn von der Frau los, legte ihm den Arm auf die Schultern und schob ihn aus dem Raum. Hinter ihm schloss sich die Tür und wurde verriegelt. »Was soll das jetzt?« ummelte Robby. Stone zuckte mit den Schultern. »Vielleicht rekrutiert er Informanten. Oder der Mann kennt noch ein paar Sicherheitscodes, die Sie brauchen. Wenn Sie ihn zum Informanten machen wollen, liefert er uns sofort ans Messer. Der Boss dieser Bande betrachtet uns ohnehin schon mit Misstrauen. Deshalb sollten wir schnell handeln.« Stone besah sich an den Telefonbuchsen. »Was gucken Sie sich da an? Daraus können Sie kein funktionstüchtiges Telefon basteln,« sagte Robby. »Vielleicht doch,« erwiderte Stone. Er nahm den Wasserkrug und schüttelte den Inhalt in eine Steckdose. Ein lauter, von einem kleinen Blitz begleiteter Knall ertönte. Es stand nach Rauch. Das Licht erlosch. Schreie erklang. Sekunden später flog die Tür auf. Doch da hatte Stone den Krug wieder abgestellt und sich so weit nur möglich von der Steckdose entfernt. Ein Taschenlampenstrahl richtete sich auf ihn und Robby. »Verdammt! Was ist hier los?«, brüllte eine Stimme. Es war Case. »Keine Ahnung,«, sagte Stone. Auf einmal ging das Licht aus. »Wir haben Qualen gerochen,« fügte Robby hinzu. »Es könnte brennen. Habt ihr da draußen irgendwas gemacht?« »Scheiße!«, murmelte Case. Dann hob er die Stimme. »Raus hier!«, folg dem Licht meiner Taschenlampe. Sie gehorchten und begaben sich zurück in die Schalterhalle. Hier herrschte ebenfalls Dunkelheit. Stone vermochte nicht zu sagen, ob im Einkaufszentrum noch die Lampen brannten oder nicht. Eine der anderen Maskierten trat auf Case zu und flüsterte. »Das ist nicht gut. Wir haben uns die Sicherung angeschaut, Boss. Irgendwas ist verschmort. Vielleicht haben wir mit der Säge eine Leitung durchtrennt.« »Wir machen den Plan weiter.« »Wir haben tragbare Arbeitslampen dabei.« »Jemand soll den anderen Raum überprüfen,«, habe ich gesagt. »Die Feuerwehr können wir hier am wenigsten gebrauchen.« »Haben wir uns verstanden, Leute.« »Anschließend will ich die Lampen so schnell wie möglich wieder in den Raum haben.« »Aber jetzt wird es länger dauern, Boss.« »Dafür haben wir ja die Zeitreserve eingeplant.« »Und jetzt mach.« Der andere Mann sagte noch etwas. Case wandte sich ihm erneut zu. Während die beiden Männer sich unterhalten hatten, waren Stone und Robby nah genug herangekommen, um aufzuschnappen, dass die Verbrecher einen engen Zeitplan hatten. Und Stone hatte in dem umherzuckenden Taschenlampenlicht genug von dem Rauen sehen können, um sich wieder mit der Örtlichkeit vertraut zu machen. Nun führte er den Plan, der mit dem Wasser in die Steckdose begonnen hatte. Während Case sich mit einem Komplizen unterhielt, ertastete sich Stone und Robby einen Weg an der Wand entlang. Stone fand, wonach er suchte, und er tastete mit der Hand, bis seine Finger sich um etwas schlossen, das er sofort in die Tasche schob. Dann ging er an der Wand entlang, zurück zur Stelle, an der er ursprünglich gestanden hatte. Eine Sekunde später traf ihn ein Taschenlampenstrahl mitten ins Gesicht. Case trat einen Schritt näher an ihn heran. »Ich hoffe, du machst keinen Blödsinn.« »Ich versuche nur, am Leben zu bleiben, wie alle anderen hier.« »Zurück in den Konferenzraum mit dir,« fauchte Case. Sie gehorchten. Wieder wurde hinter ihnen die Tür verschlossen. »In der Dunkelheit suchen sie einen Sitzplatz.« Stone hatte sich ein wenig von den anderen abgesondert und betätigte nun den Gegenstand in seiner Hand. »Rufen Sie die Cops?« wisparte Robby. Ihm war nicht verborgen geblieben, dass Stone in der Schalterhalle sein Handy aus dem Korb gefischt hatte. Stone schüttelte den Kopf. Er gab sich alle Mühe, den Lichtschimmer des Handydisplays zu verbergen, damit keine anderen Geisel etwas bemerkten. »Ein Freund?« mummelte er hörbar. »Und dieser Freund ist besser als die Cops.« »Das werden wir jetzt herausfinden,« erwiderte Stone. »Aber ich setze großes Vertrauen in meine Freunde.« Mittlerweile hatte er die Nummer eingetippt und flüsterte in das Handy, als jemand abnahm. Als er geendet hatte, sagte die angerufene Person lediglich, »Ich kümmere mich drum.« Stone steckte das Handy weg. »Woher wussten Sie, dass es Ihr Handy war?« fragte Robby. »Gefühl. Es war das Kleinste. Alle anderen haben so ein Smartphone mit großem Display. Ich bin da altmodischer. Mein Telefon ist lediglich zum Telefonieren da.« »Wen haben Sie angerufen?« »Einen Freund.« »Und was unternimmt dieser Freund?« »Meine anderen Freunde anrufen.« »Sie haben viele Freunde.« »Nein, aber die wenigen, die ich habe, sind fähige Leute, mit denen zusammen ich ein paar außergewöhnliche Dinge unternommen habe. Mein Club und ich.« »Club? Was denn für ein Club?« »Ja, habe ich das nicht erwähnt?« »Wir sind als der Camel Club bekannt.« Stone musterte Robby im Schein des Handy-Displays. »Es überrascht mich, dass das in ihrem Briefing nicht zur Sprache kam.« Annabelle Conroy, hochgewachsen, schlank, kastanienbraunes Haar, war das neueste, jüngste und einzige weibliche Mitglied des Camel Clubs. Außerdem war sie eine erstklassige Trickbetrügerin, die sich allerdings weitgehend aus diesem Job zurückgezogen hatte. Weitgehend. Die anderen Clubmitglieder hatten sie bereits telefonisch erreicht, mit einer Ausnahme. Alex Ford, Agent des Secret Service, ging nicht an sein Handy. Ruben Rhodes, Celeb Shaw und Harry Finn waren bereits unterwegs zum Morgen. Zehn Minuten später stand Annabelle vor dem Haupteingang und wartete auf die Ankunft der anderen. Rubens Vorbeuler-Pickup hielt mit quietschenden Bremsen. Er beugte sich aus dem Fenster. »Gibt's was Neues?« Annabelle schüttelte den Kopf. Ruben beobachtete, wie ein Wagen aus einer Parklücke fuhr, während ein Porsche Cabriolet bereits auf dem freien Platz wartete. Auf den Straßen von Georgetown bekam man selten einen Parkplatz, deshalb wurde er bittert drum gekämpft. Ruben wartete den richtigen Augenblick ab und schob sich in die Parklücke, bevor ihm der Porsche zuvorkommen konnte. Der junge Mann und sein Freund, die in dem Sportwagen saßen, brüllten sofort los und beschimpften Ruben. Dann stieg der Beifahrer aus und kam auf Rubens Pickup zu. Der Junge war schlank und muskulös, sein Haar auf eindrucksvolle Weise zersaust. Er war bekleidet wie ein Filmstar, der versuchte, hip auszusehen. Die Klamotten waren teuer, sehr teuer, versuchten aber verzweifelt, den Anschein zu erwecken, es nicht zu sein. Ein Blick genügt, Ruben, um den Wunsch zu verspüren, den Typen auf der Stille im Potomac River zu ersäufen. Der Kerl schob den Kopf durch das offene Fahrerfenster. »Du hast uns den Parkplatz geklaut, Arschloch!« »Jetzt fahr diesen Müllhaufen sofort hier weg, du alter Sack!« Ruben stellte den Motor ab und stieg aus. Er war fast zwei Meter groß, 120 Kilo schwer und hatte die gewaltige Schulterbreite eines NFL-Football-Profis. Er schaute auf den bedeutend kleineren jungen Mann hinunter, der mehrere Schritte zurückgewichen war, als Ruben aus dem Wagen stieg und die Sonne verfinsterte. Mit seinem dichten, graumeligen Bart und dem ungekämmten Haar sah Ruben mehr als ein bisschen neben der Spur aus. Und er konnte den Verrückten großartig spielen. Manchmal war es nicht mal ein Spiel. Er packte das Hemd des Mannes und riss ihn von den Füßen. »Hältst du mich zu alt, um dir in den dürren Arsch zu treten, du kleiner Scheißer?« Er kam aus den Tiefen seines Brustkastens. Er starrte den Bubi an. »Wenn du glaubst, dann versuch es mal, du und dein schwuchteliger Freund. Ich hatte seit Vietnam keine Gelegenheit mehr, um ein paar Weicheiern in die Nüsse zu treten. Und ich hab die Warterei satt.« Der junge Bursche zitterte am ganzen Körper, zumal er jetzt Rubens alte Militärjacke bemerkte. In Verbindung mit dem wirren Blick und der hühnerhaften Gestalt wiegte er mehr als furchteinflüßend. »Ja, wir finden einen anderen Parkplatz. Ganz bestimmt.« »Fein, ich bin nämlich beschäftigt, Jungs.« Ruben stieß ihn von sich und eilte dem Block entlang, zu Annabelle. Als er sie erreichte, stieg gerade Celeb Shaw aus dem Taxi. Celeb Shaw war ein grauhaariger Mann in den 50ern mit Bauch und sorgfältig geschnittenem Bart. Er trug eine Nickelbrille und sah wie der Bibliothekar aus, der er tatsächlich war. Er arbeitete im raritären Leseraum der Kongressbibliothek. Obwohl er das ruhigste und zurückhaltendste Mitglied des Camel Club war, hatte er in der Vergangenheit mehr als einmal seinen Mut bewiesen. »Ein Banküberfall? In Georgetown?«, fragte er nun. »Oliver glaubt nicht, dass die Bank das Ziel ist«, sagte Annabelle. »Er meint, die Typen sind auf was anderes aus und benutzen die Bank als Ausgangspunkt oder sowas. Hört sich nicht nie seltsam an, aber seltsam ist ja meistens unser einziger Anhaltspunkt.« Einen Augenblick später eilte Harry Finn auf sie zu. Er war in den 30ern schlank und fit und hatte Oliver Stone nur aus einem Grund kennengelernt, um ihn zu töten. Jetzt war Finn einer von Stones engsten Verbündeten. Er trug eine große Tasche an einem Schulterriemen. »In den Nachrichten war nichts«, sagte er. »Was ist das Ziel, wenn es nicht die Bank ist?«, fragte Ruben. »Da gibt's einen Juwelierladen und ein Pelzgeschäft. Möglicherweise wollen die Typen sich von der Bank aus Zugang zu diesen Läden verschaffen«, berichtete Annabelle. »Hat Oliver jedenfalls gesagt?« »Da müssen wir beide Geschäfte überwachen«, sagte Harry. »Was ist mit Oliver? Hat er dich über die Situation informiert? Er ist einer von den zehn Geiseln, vier Angestellte und sechs Kunden. Es gibt vier schwer bewaffnete Räuber. Sie haben den Bankeingang mit Sprengfallen versehen, falls jemand auf diesem Weg eindringen möchte.« »Sind ja bestens vorbereitet, die Herrschaften«, sagte Ruben. »Das hört sich gar nicht gut an«, Annabelle nickte. »Außerdem kennen Sie die Bankprotokolle«, hat Oliver gesagt. »Die Schließung des Tresors zu einem bestimmten Zeitpunkt und E-Mails, die verschickt werden müssen, damit die Zentrale glaubt, dass alles in Ordnung ist.« »Was können wir dagegen tun?«, wollte Celep wissen. »Außer die möglichen Ziele zu überwachen.« »Ich habe alles versucht, Alex zu erreichen, aber er meldet sich nicht.« »Wahrscheinlich arbeitet er«, meinte Ruben, »sonst meldet er sich eigentlich immer zurück.« »Wir wissen nicht mit Sicherheit, dass es sich bei dem Ziel um den Juwelier oder den Pelzladen handelt«, erklärte Harry. »Das ist reine Spekulation.« »Da ist noch was«, sagte Annabelle. »Die Räuber haben den Sicherheitsmann umgebracht.« »Also werden sie keine Skrupel haben, noch jemanden zu töten«, meinte Celep düster. »Dann müssen wir dafür sorgen, dass es nicht passiert«, sagte Ruben. »Aber eins nach dem anderen. Erstmal müssen wir die beiden potenziellen Ziele überwachen. Ich übernehme den Juwelier, Harry, den Pelzladen.« »Bist du bewaffnet, Ruben?«, fragte Annabelle. Ruben lächelte. »Fragst du mich das jetzt im Ernst?« »Was ist mit der Polizei?«, fragte Harry. »Dem FBI. Sollen wir die nicht benachrichtigen?« Annabelle schüttelt den Kopf. »Oliver will das nicht. Die Räuber könnten draußen ein Speer stationiert haben. Wenn hier ein SWAT-Team reinstürmt, erfahren es die Kerle und dann kennen sie möglicherweise die Geiseln. Wir müssen unauffällig vorgehen.« Sie blickte Celep an. Während Harry und Ruben die beiden Geschäfte im Auge behalten, finden du und ich heraus, ob es im Einkaufszentrum noch andere lohnende Beuten gibt, die wir bis jetzt übersehen haben. »Okay?« »Okay«, sagte Celep. Sie trennten sich. Ruben und Harry betraten die Mall, während Annabelle und Celep zurück zum Wagen gingen, um ihren Laptop zu holen. Dann betraten sie auch das Gebäude und setzten sich in ein Café im Erdgeschoss. Annabelle tippte munter drauf los, während Celep mit seinem Smartphone ins Internet ging. »Such nach allem, was mit der Mall zu tun hat«, sagte Annabelle, »ob du einen Gebäudeplan findest, was alles hier so gibt, solche Sachen halt. Ich durchforste das Netz nach allem, was es sonst noch gibt.« Eine halbe Stunde später hob Celep den Blick. »Ich finde kaum etwas. Aber im Parkhaus gibt es eine Ecke, die nicht zugänglich ist. Im Netz sind keine weiteren Informationen, darüber aufzutreiben.« »Im Parkhaus?« Celep nickte. »Vergiss das Internet. Sehen wir uns das mal an.« »In meinem Briefing?«, fragte Robbie. »Sind Sie denn überrascht?« »Ja. Womit verdienen Sie Ihr Lebensunterhalt?« »Geht Sie das irgendwas an?« »Ich frage nur, ich arbeite auf einem Friedhof. Und Sie?« »Ich bin Lobbyist.« Stone schüttelte den Kopf. »Nicht mit dieser Hornhaut an Ihrem Daumen und dem Zeigefinger. Die bekommt man nur, wenn man tausende Schuss Munition verballert.« »Am Wochenende schieße ich auf die Tontauben,« erwiderte Robbie. »Ja, klar. Und ich will bei American Idol mitmachen.« »Sie müssen mich mit jemandem verwechseln.« »Bei solchen Dingen irre ich mich selten.« »Gedämpfte Geräusche außerhalb des Raums unterbrachen sie. Die Leute ließen beide Männer zusammenzucken. Die Vermunden setzten noch mehr Handwerkzeuge ein.« Wieder war eine Säge zu hören und etwas, das nach einem Hammer klang. Dann eine Brechstange. »Kann man da draußen nichts hören?«, fragte Robbie. »Ich glaube nicht,« sagte Stone. »Man kann es ja kaum hier drin hören.« Robbie war auf einen Blick zu den anderen Geiseln. »Man sollte doch meinen, dass einige dieser Leute vermisst werden. Oder die Angestellten, die müssen doch Familien haben.« »Das bedeutet, was immer diese Typen planen, wird ziemlich schnell erledigt sein. Ein Juwelier und ein Pelzgeschäft. Die haben doch bestimmt Tresore, die man knacken muss.« Ein gutes Argument. Das wäre ein Hindernis, das wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. »Ich glaube nicht, dass es darum geht,« sagte Robbie. »Ich auch nicht. Und meine Freunde kommen vermutlich zum selben Schluss. Aber hier gibt es noch was anderes.« »Und was?« »Wohnungen. Auf den anderen Etagen. Sehr exklusive Wohnungen, die sehr reichen, exklusiven Leuten gehören. Und Sie glauben, diese Wohnungen sind das eigentliche Ziel?« »Ich weiß nicht. Aber wir dürfen es nicht außer Acht lassen.« In der Dunkelheit sperrte Stone zu Robbie hinüber. »Wie geht es eigentlich Sean Karnas?« Robbie erwiderte nichts. Stone sprach weiter. »Er war ein Schützling von mir. Natürlich habe ich ihn seit Jahren nicht gesehen. Aber er erwähnte mal einen aufstrebenden Neuling in unserem Beruf. Und seine Beschreibung passt ziemlich genau auf Sie.« »Der Name sagt mir nichts. Im Augenblick ist das auch nicht wichtig,« sagte Stone. »Wir haben andere Probleme, nicht wahr? Aber richten Sie ihm einen schönen Gruß von mir aus.« Beide Männer schwiegen einen kurzen, wenn auch vielsagenden Moment. Schließlich brach Robbie sein Schweigen. »Auf wie vielen Etagen gibt es Wohnungen?« »Mehrere. Bis hin auf zu Penthouse.« »Wer wohnt da?« »Weiß ich nicht. Wie schon gesagt, die Leute sind sehr reich.« »Das müssen sie auch sein, um so eine Wohnung leisten zu können. Vermutlich sind ein paar VIPs sogar da drunter.« »Warum heute?« »Also, warum gerade heute so ein Ziel angreifen?« Stone schützte nachdenklich die Lippen. »Halten Sie es für möglich, dass heute irgendein Event stattfindet, das als Auslöser dient?« »Ja, ein interessanter Gedanke für einen Lobbyisten, der auf einen Throntauben schießt,« bemerkte Stone. Er holte das Handy aus der Tasche, schimmte es wieder mit dem Körper ab, rief Annabelle an und gab die neuen Informationen an sie durch. Er hatte das Handy gerade erst weggesteckt, als sich eilige Schritte näherten. Sekunden später flog die Tür auf. Im Schein der Taschenlampe war Adam Case zu sehen. Er richtete den Lichtstrahl auf einen nach den anderen. Ein Augenblick später schaltete sich die Notbeleuchtung ein, sodass alle besser sehen konnten. Case steckte die Taschenlampe weg. »Anscheinend hat hier jemand einen Anruf getätigt.« Er hob die Maschinenpistole, die jetzt mit einem Schalldämpfer versehen war. »Wer war das?« Keiner sagte ein Wort. Case trat näher. »Wer von euch war das?« Er hielt einem der Bankangestellten die Mündung an den Kopf. »Warst du das?« Die Frau wimmerte. »Ich schwöre bei Gott, ich war es nicht. Ich habe kein Handy. Sie haben es mir doch weggenommen. Sie können mich durchsuchen. Ich habe kein Handy. Bitte. Bitte.« Sie wich von ihm zurück. Stone trat vor. Case richtete die Waffe auf ihn. »Der Flairleiter hat gesagt, dass du Ärger machst, dass du die Leute hier drin aufhältst. Stimmt das?« Stone ignorierte die Worte. »Keiner von uns hat ein Handy,« sagte er. »Sie können uns ja mit mehreren Männern durchsuchen lassen. Dann werden sie sehen, dass sie falsch liegen.« Case hielt die Mündung an Stones Kopf. »Sag mal, wie wäre es, wenn ich mit dir anfange?« »Nur zu.« Case sprach ein Befehl in ein Walkie-Talkie. Augenblicke später trat ein anderer Maskierter ein und durchsuchte jeden Anwesenden gründlich. Er fand kein Handy. Case sah Stone an. Stone erwiderte den Blick. »Was genau bist du eigentlich?«, wollte Case wissen. »Ich arbeite auf einem Friedhof in Georgetown. Schon seit Jahren. Ich bin nur hier, um meinen Gehaltscheck abzuholen. Darum kannte ich auch den Wachmann, Charlie, den Mann, den sie umgebracht haben,« fügte Stone hinzu. Case schwieg. Dann sagte er, »Wenn wir auch nur den Hauch eines Beweises finden, dass einer von euch etwas Dummes tun will, komme ich persönlich zurück und jage jedem Einzelnen eine Kugel in den Kopf.« »Habe ich mich klar ausgedrückt, ihr Wichser!« »Glas klar«, sagte Robby. Die Tür schloss sich und Case war weg. Robby und Stone gingen zurück zur Wand. Robby senkte die Stimme zu einem Raunen. »Was haben sie mit dem Handy gemacht?« »Als ich hörte, dass sich die Tür öffnet, habe ich es hinter die Fassung der gegrillten Steckdose geschoben. Die hatten die Typen vorhin, als sie alles überprüft haben, aus der Wand gehebelt. Also sind unsere Kommunikationslinien gestorben. Für den Augenblick.« »Dann will ich mal hoffen, dass Ihre Freunde wirklich so tüchtig sind, wie Sie sagen.« »Oh, das sind sie. Keine Sorge.« Bevor Stone sein Handy verstecken musste, ging Annabelle und Celeb durch die Tiefgarage des Gebäudes. Annabelle entdeckte es als erste. Eingezäunte Parkplätze, zu denen man nur mit Schlüsselkarten Zugang hatte. Celeb starrte durch den Maschendrahtzaun und las das Schild über dem Eingang. »Das sind Mietparkplätze, Annabelle.« Sie nickte. »Das müssen die Lücken auf den Plänen sein, die du online gefunden hattest, nicht wahr?« »Vermutlich wollen sie das nicht publik machen. Die Besitzer dieses Apartments achten garantiert auf ihre Privatsphäre. Leute, die viel Schotter haben, tun das normalerweise. Es sei denn, man heißt Kardashian.« Annabelles Handy summte. »Es ist Oliver.« Sie hörte zu und sagte, »Verstanden. Wir kümmern uns drum. Wie ist bei euch die Lage?« Wieder hörte sie zu, nickte und sagte dann, »Pass auf dich auf.« Sie trennte die Verbindung und blickte besorgt zum Boden. Celeb trat einen Schritt näher heran. »Alles in Ordnung mit Oliver?« »Du kennst ihn doch. Er könnte vor einem Erschießungskommando stehen und würde trotzdem behaupten, dass alles in Butter ist.« »Was hat er gesagt?« Annabelle sah auf. »Er will, dass wir die Mieter überprüfen.« »Wir hält es für möglich, dass einer von denen das Ziel der Bande ist.« Celeb spänte wieder durch den Zaun. »Also könnten diese Männer durch die Bank zu den Wohnungen wollen?« »Warum?« »Wohnung«, korrigierte Annabelle. »Ich glaube nicht, dass es um mehr als eine geht.« »Dazu reicht die Zeit einfach nicht.« »Okay, aber welche ist es?« »Hier gibt's ne Menge Parkplätze. Und da steht nur Mercedes, Jaguar und BMW. Sogar ein Bentley.« »Diese Leute haben definitiv Geld.« »Wer immer es ist, wir müssen es schnell eingrenzen.« »Diese Typen werden nicht lange gebrochen, um ihr Ziel zu erreichen.« Sie hob ihr Handy und tippte eine Nummer ein. »Harry, Oliver hat gerade angerufen. Er glaubt, die Wohnungen in der oberen Etage könnten das Ziel sein. Aber wir wissen nicht welche. Kannst du dich da schon irgendwie umsehen?« »Ja, okay. Wir sind unterwegs.« Sie legte auf. »Los geht's, Celeb.« Vor Annabelles Anruf hatten sich Harry und Ruben den Juwelierladen und das Pelzgeschäft angeschaut. Der Juwelier hatte bereits geschlossen, aber man konnte die Angestellten sehen, die zweifellos die üblichen Sicherheitsvorkehrungen trafen, bevor sie das Geschäft verließen. Die beiden Männer beobachteten, wie Schmuck Vitrinen im Boden versanken. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass da mal eben jemand einbricht,« meinte Harry. »Außerdem ist die Vorderfront aus Glas. Keine Deckung.« Ruben nickte. »Und ein paar gestohlene Pelze dürfen nicht den Tod eines Sicherheitsmannes wert sein.« In diesem Augenblick summte Harrys Handy. Er sprach kurz mit Annabelle. Dann gab er die Information an Ruben weiter. »Also Wohnungen? Was?« sagte der große Mann. »Sieht so aus. Jedenfalls hält Olivers für die Möglichkeit.« »Will man die Reichen beklauen? Oder steckt was anderes dahinter?« »Keine Ahnung,« erwiderte Harry. »Schauen wir mal, ob wir einen Anhaltspunkt finden.« Sie eilten durch die Mall, bis sie den Zugang zu mehreren privaten Fahrstühlen fanden, die zu den Wohnungen führten. Ein Schild an der Wand verkündete, dass nur Mieter und ihre bestätigten Gäste Zugang hatten. »Sieht so aus, als wäre da was los,« bemerkte Ruben. Neben dem Eingang zu den Fahrstühlen stand ein Tisch. Davor hatten sich Leute mit Geschäftskleidung aufgereiht, um sich eintragen zu lassen. Anschließend mussten sie durch eine Sicherheitsschleuse, die von Männern in Anzügen besetzt wurde. Die Männer kontrollierten die Handtaschen der Frauen und gestatteten ihnen den Zugang zu den wartenden Aufzügen. »Sie müssen alle durch einen Magnometer,« sagte Ruben. Harry nickte, »und es gibt Typen in Anzügen mit Sonnenbrillen, Ohrhörern und Schulterhalftern.« »Das muss der Secret Service sein.« »Ich würde sagen, die Person, die sie bewachen, könnte das Ziel sein.« »Diese Jungs ruft man nicht, wenn es um kleine Fische geht.« »Aber wer könnte es sein?« »Könnte auch einer von unseren Promis sein,« meinte Ruben. »In dieser Stadt gibt es genug davon.« »Der Präsident, ein Richter vom obersten Gerichtshof, Geheimdienstchef, Militär, die Liste ist endlos.« »Ja, und die Typen sind definitiv von Secret Service. Siehst du ihre Anstecknadel?« »Also schränkt das die Liste etwas ein.« »Aber nicht genug. Und das ist noch ein kleines Problem.« »Welches?« »Jemand muss ihnen beibringen, dass es eine Bedrohung geben könnte, ohne eine Panik auszulösen.« Eine Minute später gesellten sich Annabelle und Celeb zu ihm, und Harry brachte sie auf einen neuesten Stand. Annabelle musterte die Leute, die darauf warteten, zu der Veranstaltung vorgelassen zu werden. »Was mag das für eine Veranstaltung sein?«, fragte Celeb. »Das könnte uns mehr darüber verraten, wer die Zielperson ist.« »Ich finde es heraus,« verkündete Annabelle. Sie ging zu einem der in der Schlange wartenden Männern und schenkte ihm ein schüchternes Lächeln. »Das wird sich jetzt albern anhören, aber sind sie nicht der Schauspieler aus Breaking Bad?« »Der Schwager von diesem Meth-Dealer, Walter White?« »Der Mann von der DEA? Wie heißt der nochmal?« »Das wäre schön,« sagte der Mann. Er war um die fünfzig, stattlich mit beginnender Glatze und trug Anzug und Krawatte. Annabelle warf einen Blick über seine Schulter. »Ach, kommen Sie schon, Sie müssen es sein. Nehmen Sie an einer Fernsehveranstaltung teil?« »Nehmen Sie an einer Fernsehveranstaltung teil? Ist Brian Cranston auch hier?« »Ich bin ein großer Fan von ihm. Bitte sagen Sie mir, dass ich recht habe.« »Ich fürchte, dass sie ist nur eine sehr langweilige, aber unumgängliche politische Spendenveranstaltung für ein Freund von mir. Kongresswahlen.« Annabelle versuchte nicht allzu enttäuscht auszusehen. »Oh, Politiker!« Der Mann lächelte und reichte ihr eine Visitenkarte. »Ich weiß, nicht ganz so aufregend wie Brian Cranston, aber ein notwendiges Übel. Vielleicht mehr ein Übel als notwendig in dieser Zeit, einer untätigen Regierung. Wie dem auch sei, hier ist meine Karte. Rufen Sie mich an, falls Sie sich jemals für ein Amt bewerben sollten.« Genüsslich betrachtete er ihre schlanke Gestalt. »Oder falls Sie Lust auf was anderes haben.« Annabelle betrachtete die Karte. Als sie wieder aufschaute, stockte ihr der Atem. Alex Ford kam gerade aus der Tür, deren Zugang beschränkt war und ging in die Richtung der Aufzüge. Begleitet wurde er vom Riss des Personalschutzkommandos. Sie versuchte, einen Blick aufzufangen, aber er war zu schnell verschwunden, um sie zu bemerken. Und als Annabelle die Person sah, die sie beschützten, kannte sie das Ziel. Wieder senkte sie den Kopf, schaute erneut auf die Karte, las den Namen. Als sie dann wieder den Blick hob, zeigte sie ihr verführerisches Lächeln. »Das ist mir jetzt aber ein bisschen peinlich. Ich komme mir vor wie ein Trottel, Bob.« Schüchtern musterte sie ihn. »Ich war noch nie auf einer Spendenveranstaltung. Ich wette, es ist nicht halb so langweilig, wie Sie behaupten.« Bob wirkte amüsiert. »Ich könnte jetzt lügen und sagen, dass Sie völlig recht haben, aber ich bin zu nett, um einer schönen Frau wie Ihnen sowas anzutun. Wie heißen Sie?« »Annabelle.« »Annabelle?« »Wow, den Namen hört man auch nicht mehr auf. Verstehen Sie mich nicht falsch, er gefällt mir.« fügte er schnell hinzu, als sie einen Schmollen aufsetzte. Er warf einen Blick auf den Tisch am Eingang. »Eigentlich sollte ich ja mit Begleitung kommen, aber sie war leider verhindert. Möchten Sie einspringen, Annabelle? Ich lade Sie ein.« Das Schmollen verwandelte sich in ein Lächeln. »Das wäre cool.« Bob betrachtete ihre eng anliegende schwarze Hose. »Sie sind doch nicht bewaffnet, oder? Das sieht der Secret Service nämlich gar nicht gern.« Langsam strich sich Annabelle mit der Hand über den Oberschenkel. »Ich bezweifle, dass dafür genug Platz wäre hier. Was meinen Sie?« Bob erschaute leicht und lachte. »Überredet. Lassen Sie uns gehen.« »Das heißt, ich muss Sie erst mal einschleusen. Bei jedem wird vorher die Sicherheit überprüft. Sozialversicherungsnummer und so etwas. Aber ich habe den Burschen um den Finger hier.« »Erschuldet mir was.« Sie ging zum Empfangstisch. Annabelle drehte kurz den Kopf und schaute zurück zu der anderen. Sie fing Harrys Blick auf. Er bestätigte mit einem Nicken, dass ihnen nicht entgangen war, was sie beobachtet hat. Die Zielperson hatte soeben den Aufzug betrieben. Es war der Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Und anscheinend wollte jemand ihm was antun. Heute, hier und jetzt. Der Werkzeuglärm verstummte. Robby runzelte die Stirn. »Sind die Typen fertig?« »Möglich«, sagte Stone. »Aber wir brauchen zusätzliche Informationen, um sicher sein zu können, was da wirklich vor sich geht.« Sie bewegten sich zu den beiden Bankangestellten, die aneinander gefesselt waren, und gingen neben ihnen die Hocke. »Arbeiten Sie schon lange in der Bank?«, fragte Stone. »Ungefähr drei Jahre.«, antwortet die Jüngere von den beiden. Die andere, Mitte 40, sagte, »Ich bin jetzt zehn Jahre hier. Ich habe zum ersten Mal Todesangst. In all den Jahren gab es nicht einmal eine Andeutung eines Überfalls.« Stone legte ihr beruhigend eine Hand auf die Schulter. »Es wird nichts passieren.« Die Frau erwiderte Stones ruhigen Blick und entspannte sich. Stone sah aus wie ein hartgesotterter Pilot, der die Nerven eines verängstigsten Passagiers beruhigte, während sie einen Gewitterfront durchflogen. »Danke, dass Sie das sagen«, erwiderte sie. Stone warf einen Blick zur Tür und schaute sich dann im Raum um. »Jedes Mal, wenn ich hier gewesen bin, ist mir aufgefallen, dass der Grundriss der Schalter unregelmäßig ist. Die Wand da drüben ist viel zu weit vorn. Da setze ich in die Schalterhalle fort.« Robbie sah genau hin. »An beiden Stellen ist ein ungenutzter Raum«, bemerkte er. »Links neben den Schalter und dann hier die Fortführung des roten Raums aus der Schalterhalle.« Die ältere Bankangestellte nickte. »Als ich hier anfing, habe ich mich danach erkundigt, weil es wie Platzverschwendung aussieht.« »Genau wie Sie sagen. Vermutlich wäre es mir gar nicht aufgefallen, würde mein Mann nicht beim Bau arbeiten.« »Deshalb habe ich ein Auge für sowas.« »Und was ist der Grund?«, fragte Stone. »Mir hat man gesagt, dass da ursprünglich ein Fahrstuhl hin sollte.« »In letzter Minute wurde er an einer anderen Stelle verschoben, aber der Schacht war bereits fertig und man wollte nicht alles wieder umbauen, wahrscheinlich aus Kostengründen.« »Also hat man das nächstbeste getan.« Robbie nickte. »Man hat es zugebaut.« »Genau. Der Bank war es nur recht. Die Miete war deshalb günstiger. Sie musste den ungenutzten Raum nicht zahlen und der Preis pro Quadratmeter ist gesunken.« Die meisten Geschäfte wollten diese Räume hier gar nicht haben. Auch weil sie bereits abseits der Hauptwege im Einkaufszentrum lagen. Nicht genug Laufkundschaft. Aber Banken ist das egal. Sie wollten keine Laufkundschaft. Das würde nur bedeuten, dass sie mehr Personal einstellen müssten. Den Banken ist es lieber, wenn die Kunden die Bankautomaten nutzen oder alles online machen. Spart viel Geld. »Betrifft das sämtliche Einheiten an dieser vertikalen Achse?«, wollte Stone wissen. »Ich meine, verfügt jede Etage über diesen toten Raum?« »Nein, das glaube ich nicht. Jedenfalls nicht so ausgeprägt wie bei uns.« Ursprünglich sollte hier ein Ankergeschäft des Einkaufszentrums entstehen, aber die Sache hat sich zerschlagen. Wo jetzt dieser Vorsprung ist, sollten zwei Fahrstühle hin. Man hatte bereits einen Teil vom Tragwerk gebaut, was den Raum im Grunde unbenutzbar machte. Es hat irgendwas mit tragbaren Bauteilen zu tun, von denen man natürlich die Finger ließ. Als die Bank die Räume anmietete, hat man den Schacht einfach zugemauert. Aber ich kann mich erinnern, dass jemand mir sagte, man hätte den Schacht nicht vollendet. Darum musste man die anderen Einheiten nicht umbauen. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. »Reicht der Schacht bis zur Spitze des Gebäudes?«, fragte Stone. »Das wäre nur logisch. Warum einen Fahrstuhl bauen, mit dem man nicht sämtliche Etagen erreichen kann?« Die Frau dachte kurz nach. »Das müsste eigentlich so sein, ja. Ich weiß, dass der Fahrstuhl hier anfangen sollte. Also ist hinter dieser Mauer fester Boden.« »Was ist mit den Wohnungen in den oberen Etagen?« »Oh, die haben ihre eigenen Fahrstühle.« »Also fährt der Schacht vielleicht nicht bis dort hinauf?« »Doch, bestimmt. Mein Mann hatte für ein paar Arbeiten hier ein Angebot eingereicht. Dabei ging es um die vorläufigen Baupläne. Die ursprünglichen Pläne hatten keine Privatfahrstühle vorgesehen. Aber als offensichtlich wurde, wie teuer diese Wohnungen sein werden, griff man die Idee mit Privatfahrstühlen auf. Die Reichen mischen sich nun mal nicht gern unter das gemeine Volk. »Ist an der Lage der Bank etwas besonders?«, wollte Robby wissen. Stone sah ihm nachdenklich an. »Was meinen Sie damit?«, fragte die Angestellte. »Gibt es etwas, was die Bank von den Geschäftseinheiten darüber und darunter unterscheidet, im Hinblick auf den Fahrstuhlschacht?« »Das glaube ich nicht.« Nachdem mein Mann damals die Pläne sah, erzählte er mir von der Wand und was sich dahinter befindet. Er sagte, man hätte den Schacht auf unserer Etage mit einem Trockenmauer versehen. Ich nehme an, das hat man bis ganz nach oben gemacht. »Aber es muss einen Grund geben, warum die Räuber sich diesen Laden ausgesucht haben,« sagte Stone. »Die meisten anderen Geschäfte haben keine bewaffneten Wachmänner. Das haben die Typen bei ihrer Planung bestimmt in Betracht gezogen.« »Es ist der Eingang,« sagte Robby schnell. »Was?«, sagte Stone, »die meisten Läden verfügen über Rollgitter und Glastüren, durch die man hindurchschauen kann. Die Bank nicht. In den Verkaufsräumen der anderen Läden hätte man die Typen auch dann gesehen, wenn geschlossen ist. Aber hier nicht. Man kann nicht durch den Eingang hindurchschauen.« »Völlige Abgeschiedenheit.« Die ältere Frau nickte. »Ich weiß nicht, warum man diese Variante gewählt hat. Vermutlich ging man davon aus, dass die absenkbare Sperrwand bei einem Einbruch als zusätzliches Hindernis durchbrochen werden muss. Kommt hinzu, dass die meisten Läden samstags nicht um zwölf Uhr schließen?«, fügte Stone hinzu. »Eigentlich keiner,«, sagte die Frau. »Ich habe früher im Einzelhandel gearbeitet. Der meiste Umsatz wird am Wochenende gemacht. Damit bezahlt man die Kosten. Was spielt das für eine Rolle?«, warf die jüngere Angestellte gereizt ein. »Diese Leute sind in der Bank eingebrochen. Sie rauben uns aus. Warum verschwinden wir überhaupt unsere Zeit mit ihnen einem Umsinnen über falsche Wände und Baupläne?« »Sie haben recht,«, sagte Stone. »Ich war bloß neugierig. Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Ich glaube, das hier ist bald vorbei.« Die junge Angestellte funkelte ihn böse an. »Klar, aber leben wir dann noch? Oder sind wir tot?« »Letzteres wollen wir nicht hoffen,«, erwiderte Stone. Er und Robbie ließen die beiden Frauen allein und setzten sich in die Ecke. »Deshalb also die Werkzeuge,«, sagte Robbie. »Sie schneiden sich einen Weg in den Schacht und bekommen dadurch Zugang zu anderen Etagen, ohne dass jemand bei der Arbeit beobachtet werden kann.« Stone nickte. »Möglicherweise steht ihnen der ganze Weg bis hinauf zum Penthouse offen.« »Das wäre ein ernsthafter Sicherheitsmangel.« »Wahrscheinlich ist keiner auf den Gedanken gekommen, dass jemand auf diese Sache kommen könnte.« »Tja, jetzt wissen wir, warum es die Bank ist. Wie Sie bereits sagten, hier können die Kerle ungesehen arbeiten.« Er warf Robbie einen Blick zu. »Nicht schlecht. Shane wäre stolz auf Sie.« Robbie ignorierte die Bemerkung. »Ich frage mich, was Ihre Freunde gerade machen.« »Genau das, was Sie tun müssen.« »Ich kann nicht das Risiko eingehen, Sie nochmal anzurufen.« »Warum wurde der Filialleiter noch nicht zurückgebracht?« »Ich bezweifle, dass wir ihn noch einmal zu Gesicht bekommen.« »Eine Geisel für Ihre Flucht?« »Möglich oder irgendeine Art von Versicherung?« »Und wenn Sie den Schacht hinaufklettern? Müssen Sie jemanden zurücklassen, der uns bewacht?« »Aber unsere Chancen stehen dann besser. Weniger Waffen, um die man sich kümmern muss.« Stone blickte Robbie an. »Kommen Sie damit klar?« »Was meinen Sie damit?« »Mittendrin den Auftrag zu ändern?« »Damit komme ich klar,« sagte Robbie leise. »Auch wenn ich nicht die leiseste Ahnung habe, welchen Auftrag Sie meinten.« »Gut zu wissen.« »Ich glaube, es ist bald soweit. Sehr bald.« Stone warf einen Blick auf die Uhr. »Und, Ihr Fluchtplan?« »Wenn Sie überhaupt einen haben,« sagte Stone, »die sehen mir nicht nach Dschihadisten aus.« »Ich habe Sie auch nie dafür gehalten, also müssen Sie einen Fluchtplan haben.« Stone nickte. »Ja, aber er könnte nicht danach aussehen. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen.« »Und außerdem, wie wollen Sie die Sache regeln?«, fragte Robbie. »Das werden wir wissen, wenn es soweit ist. Die Frage ist, lassen Sie ein oder zwei Männer zurück? Kommt drauf an, wie Sie die Zielperson angreifen wollen,« meinte Robbie. »Falls Sie drei Männer brauchen, bleibt nur einer bei uns zurück. Vielleicht brauchen Sie aber nur einen Mann für den Angriff.« »Ich nehme an, die Zielperson hat irgendwelchen Schutz. Da geht man nicht alleine hin.« »Stone sah ihn amüsiert an. Sie sprechen jetzt nur aus Erfahrung, oder?« »Ich glaube eher, Sie haben jeden Auftrag allein erledigt. So wie ich.« Robbie erwiderte nichts. »Nein«, fuhr Stone fort. »Die Typen können einen einzelnen Mann schicken. Aber in diesem Fall muss der Angriff überwältigt sein.« »Bei einem Mann reden wir nicht nur von seiner Schusswaffe. Nein, sondern von Sprengstoff oder sowas.« »Hundertprozentig. Niemand macht sich so viel Mühe, um sein Ziel unspektakulär zu beseitigen. Wer oder was auch immer das Ziel dieser Typen ist, es ist wichtig genug, um alles recht zu fertigen, was Sie bis jetzt getan haben.« »Also werden Sie bereit sein, dafür zu sterben«, sagte Robbie. Harry und Ruben schlenderten an der Bank vorbei, gönnten ihr aber nur einen kurzen Blick. Sie bogen in den Gang hinein, der zu den Toiletten und Wartungsräumen neben der Bank führte. In einem Abstellraum des Hausmeisters fanden sie einen orangefarbenen Aufsteller mit der Aufschrift »Geschlossen«. Sie stellten ihn vor den Eingang zur Herrentoilette. Harry kniete sich vor die Wand, hinter der sich die Bank befand, öffnete seine Tasche und holte ein Abhörgerät heraus. Er befestigte es an der Wand und steckte sich ein Ohrhörer ins Ohr. Dann lauschte er ein paar Sekunden und blickte schließlich zu Ruben hoch. »Sägen! Und Hammer! Dem Klang nach zu urteilen Handwerkzeug.« »Für einen Träsör braucht man sowas nicht«, stellte Ruben fest. »Stimmt. Ich glaube, Olivers Theorie ist richtig. Diese Typen benutzen die Bank, um in einen anderen Teil des Gebäudes zu gelangen. Vielleicht in die Wohnungen?« »Du hast ja gesehen, wer hier ist. Der Vizepräsident muss das Ziel sein.« »Das glaube ich auch. Aber wir wissen nicht, um welche Wohnung es sich handelt. Und bis Annabelle sich meldet, arbeiten wir blind. Wenn wir eine Chance haben wollen, die Sache zu verhindern, brauchen wir mehr Information. Vielleicht sollten wir das FBI informieren, Ruben. Immerhin ist hier vom Vizepräsidenten die Rede. Wenn uns die Sache entgleitet und wir haben niemandem Bescheid gesagt, steckt man uns in den Knast und wirft den Schlüssel weg. »Trotzdem. Wir sind nur wenige, aber ich würde den Camel Club den Anzugträgern vom FBI jederzeit vorziehen. Was ist mit dir?« Harry nickte langsam. »Ich auch.« »Gut. Und jetzt lass uns unseren Wissensstand verbessern, damit wir dieser Penner in den Hintern treten können.« Ruben rief Celeb an, nannte ihm einen Treffpunkt und steckte sein Handy weg. »Gehen wir, Harry.« »Wohin?« »Du willst schon sehen.« Sie trafen Celeb vor dem Verwaltungsbüro der Mall, das jetzt geschlossen ist. Das Büro befand sich ebenfalls in einem Seiteneingang. Verwaltungsbüros machen keinen Umsatz und wurden deshalb in die billigen, für den Einzelhandel wertlosen Bereiche des Einkaufszentrums verbannt. Ruben musterte Tür und Schloss. Scheint durch ein Alarm gesichert zu sein. Harry nickte und kramte in seiner Tasche. »Annabelle hat noch nicht von der Veranstaltung angerufen«, sagte Celeb. »Wirht sie schon, sobald sie die Lage eingeschätzt hat«, erwiderte Ruben. »Die Kleine ist eine Sahne.« »Das wissen wir doch alle. Dieses Mädchen könnte den Papst sogar reinlegen.« »Wahrscheinlich hat sie das schon sogar.« »Ich bin noch keinem Mann begegnet, der ihrem Charme widerstehen konnte.« Ruben musterte ihn kritisch. »Wirklich? Schließt dich das mit ein, Celeb?« »Wenn die Erinnerung mich nicht trügt, hast du mit unserem Mädchen in einer sehr abgeschiedenen Gegend viel Zeit in einem ziemlich großen Van verbracht, in dem es wahrscheinlich zahlreiche Möglichkeiten gab, deine Theorie zu überprüfen.« »Das, das ist lächerlich«, stotterte Celeb. »Zu der Sorte gehöre ich nicht.« »Zu welcher Sorte dann?« »Ich bin ein Gentleman. Ich würde eine Kollegin niemals auf diese Weise ausnutzen.« Ruben kicherte. »Würde dir auch gar nicht gelingen. Annabelle würde dich mit einem Tritt bis zur Jefferson-Bibliothek in Monte Carlo befördern.« Celebsmini drückte Entrüstung aus. »Sag mal, wozu braucht ihr mich hier eigentlich?«, fragte er. »Ich nehme an, ich habe deinen Plan, der meine Teilnahme erfordert.« »Das nimmst du richtig an«, sagte Ruben. »Du musst unsere Ärsche decken. Ich brauche dich am Anfang von diesem Gang hier. Wenn jemand kommt, musst du ihn ablenken und uns warnen und ihn beschäftigen, bis wir irgendwie raus sind. Improvisiere, wenn es sein muss.« Celeb schaute ihn ungläubig an. »Das ist alles? Sollte ich sie vielleicht noch mit Kung-Fu niederstrecken? Kannst du denn Kung-Fu?«, fragte Ruben Spitz. »Im Augenblick wünsche ich mir nichts lieber.« Celeb drehte sich auf den Absatz herum und marschierte zurück. Rubens amüsierter Blick folgte ihm. Doch als er sich wieder Harry zuwandte, wurde seine Miene ernst. »Wir haben nicht viel Zeit.« »Ich weiß«, erwiderte Harry, »du kommst da doch rein, oder? Wenn ich ins Pentagon einbrechen kann, Ruben, dann schaffe ich es wohl, in ein Büro in einem Einkaufszentrum einzubrechen.« Annabelle trank einen Schluck Wein und ließ den Blick durch den Raum schweifen. Nach ihrer Zählung hielten sich ungefähr 50 Personen in dem luxuriösen Penthouse auf. Sie alle waren sichtlich wohlhabend und einflussreich und viele schienen sich zu kennen. Eine Zeit lang folgte sie Bob und lauschte einigen der Gespräche. Dann entschuldigte sie sich, zur Toilette zu gehen und setzte sich ab. Überall suchte sie nach Alex Ford, konnte ihn aber nicht entdecken. Der Vizepräsident musste sich in einem anderen Zimmer des Apartments aufhalten. Vielleicht musste man für das Privileg, sich in so erlauchter Gesellschaft aufhalten zu dürfen, extra zahre. Zusätzlich zu dem, was man bereits geblecht hatte. Ein Foto würde einem vermutlich weitere fünf Riesen kosten. »Politik für kleine Leute«, überlegte Annabelle. Sie schnappte sich ein weiteres Glas Wein und führte ihre Wanderung fort. Dabei nickte sie Leuten zu und lächelte sie an, schaute sich aber ständig um. Der Ausblick aus den Fenstern war spektakulär, aber uninteressant. Denn vor Ort drohte keine Gefahr. Die Bank befand sich unter ihnen. Annabelle hatte keine Ahnung, wie die Kerle von dort heraufkommen wollten, aber sie hatten bestimmt einen Weg gefunden, sonst hätten sie ja nicht die Bank überfallen. Annabelle nahm ihr Handy und versuchte, Alex zu erreichen, aber er ging nicht dran. Das würde vermutlich so bleiben, solange er im Dienst war. Wenn sie ihm doch nur mitteilen könnte, was sie vor sich ging. »Hey, Annabelle«, sie drehte sich um. Bob stand mit ein paar Leuten da, die sie kennenlernen sollte. Mit einem höflichen Lächeln wandte sie sich der Gruppe zu. Aber selbst ihre eisernen Nerven gaben unter der Belastung allmächtig nach. Sie musste Alex finden und warnen, und sie spürte, dass die Zeit knapp wurde. Nervös stiefelte Celep auf dem Gang zur Verwaltung des Einkaufszentrums auf und ab. Er hoffte stark, dass niemand sich hierher verirrte. Vermutlich stand seine Chance nicht schlecht. In der Umgebung gab es keine Geschäfte. Das hier war nur toter Raum an einem Samstagnachmittag im Einkaufszentrum. Er holte das Handy hervor und schickte Huben meine SMS. Die Nachricht war kurz. »Beeilt euch!« Er steckte das Handy zurück in die Tasche und hob den Blick. Unwillkürlich erschaufte er. Sein Mund wurde trocken. Ein Kaufhausbulle kam direkt auf ihn zu. Während der dicke Mann in der dunkelblauen Uniform mit den quietschenden Schuhen und dem knarrenden Gürtel auf ihm näherte, versuchte Celep, ein Lächeln zustande zu bringen. »Hallo!«, sagte er, als der Dicke auf der Hörweite war. Der Sicherheitsmann musterte ihn misstrauisch. »Kann ich Ihnen helfen, Sir?« »Helfen?«, wiederholte Celep mit zittriger Stimme. »Nein, nein, alles in Ordnung. Ich warte nur auf ein paar Freunde.« »Hier oben?« Der Wachmann sah sich betont langsam auf der leeren Gang um. »Ja, ja, ja, ja.« Celep geriet ein wenig ins Stottern. »Wir, ich, ich meine, Sie, Sie kennen sich hier nicht gut aus. Es war mein Vorschlag, uns hier zu treffen, wissen Sie? Denn unten herrscht immer so ein Gedränge. Er hielt inne, schluckte schwer. »Ja, ich mag einfach keine Menschenmengen, wissen Sie?« Der Wachmann sah jetzt noch misstrauischer aus. »Dass Celep einen nervösen Blick in den Gang zum Verwaltungsbüro warf, war auch nicht unbedingt vertrauenserweckend.« Der Wachmann sah jetzt noch misstrauischer aus. »Dass Celep einen nervösen Blick in den Gang zum Verwaltungsbüro warf, war auch nicht unbedingt vertrauenserweckend.« »Kann ich bitte Ihren Ausweis sehen?« fragte der Wachmann. »Ausweis?« fragte Celep schrill. »Ja, Ausweis,« wiederholte der Mann. Seine Hand legte sich auf den Kolben seiner gehalften Waffe. »Sie sicher, Officer? Ist das die richtige Anrede, Officer?« »Der Ausweis, bitte.« »Aber ich tue doch nichts Verbotenes.« »Dann sollte es auch kein Problem für Sie sein, einen Ausweis vorzulegen. Wenn alles seine Ordnung hat, können wir unsere Wege gehen. Wie hört sich das an?« »Aber, aber, aber, aber der vierte Verfassungszusatz garantiert den Schutz vor willkürlichen Durchsuchungen und Verhaftungen.« sagte Celep verzweifelt. »Ich durchsuche nichts, noch verhafte ich jemanden, Sir. Sie machen das alles viel schwerer, als es sein muss.« »Ja, tut mir leid. Wirklich.« Celep blieb nicht verborgen, dass der Sicherheitsmann jetzt definitiv misstrauisch war. Plötzlich strahlte Celep. »Ich habe den Kaufhauskopf mit Kevin James gesehen,« sagte er im Plauderton, als er nach seiner Brieftasche griff. »Genialer Film, sehr witzig. Natürlich nichts für den Oscar, aber fürs große Publikum.« »Also dieser Paul Blatt, was für eine tolle Figur.« Der Wachmann schien das nicht amüsant zu finden. »Blatt war ein Idiot. Ich bin kein Idiot. Ich war 25 Jahre bei der Metropolis.« Celep riss in Sitz die Augen auf. »Ja, natürlich. Ich wollte auch nicht andeuten.« Sein Handy vibrierte. Während er seine Brieftasche zog und dem Mann seinen Ausweis reichte, warf er einen Blick aufs Display. »Wir sind fertig und kommen raus. Ist die Luft rein?« Celep sah zu dem Privatbullen, der seinen Ausweis studierte. Dann tippte er mit dem Daumen rasch eine Antwort. »Eine Minute.« »Dann schnell.« »Sir«, sagte der Sicherheitsmann. »Ich möchte Sie«, bevor er den Satz beenden konnte, griff Celep sich an die Brust und schnappte nach Luft.« »Oh Gott. Ich glaube, ich habe eine Panikattacke. Ich kriege keine Luft.« Er sackte zusammen. Der Mann fing ihn auf und stützte ihn. »Durchhalten, Sir. Ich habe Sie. Es ist alles in Ordnung. Sie schaffen das.« Celep zeigte zu den Aufzügen. »Frische Luft. Man muss hier raus. Schnell.« »Okay, okay. Ich rufe einen Krankenwagen.« Celep holte mühsam und zittrig Luft. »Hier raus. Schnell.« Der Wachmann half Celep zum Aufzug. Die Tür schloss sich hinter ihn und die Kabine fuhr nach unten. Fünf Sekunden später kamen Harry und Ruben aus dem Gang. Harry hielt die Gebäudenpläne unter dem Arm. »Wo steckt Celep?« fragte er. »Ist vermutlich in der nächsten Buchhaltung.« Die Tür des Konferenzraums öffnet sich und Adam Case stand dort, die Waffe in der Hand. Die Tür des Konferenzraums öffnet sich und Adam Case stand dort. »Die Waffe in der Hand. Wir sind hier gleich fertig«, sagte er. »Dann geht das Leben für euch ganz normal weiter. Es sei denn, ihr macht Probleme.« Bei den letzten Worten schaute er in Stones und Robbys Richtung. »Keine Probleme«, sagte Stone. Ein anderer Mann erschien neben Case. In der rechten Hand hielt er eine Maschinenpistole. Auch sein Gesicht wurde... Case zeigte auf Stone und Robby. »Die beiden Komiker da drüben musst du genau im Auge behalten«, sagte Case. Der Mann nickte. »Bam geringsten Problem legst du sie um. Okay?« Case ging. Der andere Mann lehnte sich mit dem Rücken an die nun wieder geschlossene Tür und behielt den Raum im Auge. In der Schalterhalle klaffte ein Loch in der falschen Wand. Man hatte die Balken durchgesägt und mehrere Betonziegel durchbrochen. Die auf diese Weise geschaffene Öffnung war groß genug, dass sich eine Person hindurch zwängen konnte. Case und seine drei Komplizen waren durch das Loch geklettert und starrten nun in den Schacht hinauf, der von Stahlträgern ausgekleidet wurde, die einst für den geplanten Fahrstuhl gedacht war. Natürlich war es hier stockfenster, aber dafür hatten sie Nachtsichtgeräte mitgebracht, die sie sich nun über die Köpfe zogen und einschalteten. Case nahm einen Rucksack über die Schulter. Seine Komplizen folgten seinem Beispiel. Sie wickelten sich die Kletterseile aus Nylon um die Teile und verbanden sie mit Karabinerhaken. Dann suchte sich jeder einen Teil der Wand aus, griff nach einem Stahlträger und kletterte los. Die Träger standen so nahe, dass sie schnell vorankamen. In den unteren Etagen bestand der Schacht aus Betonblöckern, in den oberen Etagen lediglich aus Trockenmauer. Jede Bewegung der Männer verriet Erfahrung. Auf den Stahlträgern fanden sie festen Halt mit Händen und Füßen, bevor sie sich höher schoben. Bei diesem Tempo würden sie ihr Ziel bald erreicht haben. Harry und Ruben waren wieder in der Herrentoilette. Die Pläne des Einkaufszentrums und der Bankfiliale lagen ausgebreitet auf dem Boden. Harry hatte sie mit raschem Blick studiert und dann den optimalen Zugang aufgezeigt. Er lebte davon, in Räumlichkeiten einzubrechen, die weitaus sicherer waren als eine Bank. Er zeigte auf ein Stück Wand neben den Waschbecken. Ich glaube, da ist die beste Stelle. Wir müssen davon ausgehen, dass sie die Geiseln in den hinteren Raum gebracht haben. Er zeigte auf die betreffende Stelle auf den Plänen. Direkt hinter dieser Wand ist die Toilette der Bankfiliale. Die hat man da platziert, um dieselben Rohre benutzen zu können. Spart Zeit und Geld. Gut, sagte Ruben und studierte die Pläne. Aber es wird Wachposten geben, Harry. Damit müssen wir rechnen. Ich weiß. Deshalb habe ich das hier mitgebracht. Er zog ein Stabgerät aus der Tasche, das den Geräten ähnelte, die das Sicherheitspersonal auf Flughäfen benutzten. Nur, dass es hier einen kleinen Bildschirm am Griff gab. Ein Wärmebildgerät, erklärte er. Er strich damit an der Wand auf und ab und überprüfte dann den Bildschirm. Im Augenblick ist alles frei. Dann wollen wir mal hoffen, dass in den nächsten Minuten niemand pinkeln muss, der eine Waffe trägt, sagte Ruben. Harry zog eine Säge aus der Tasche und machte sich daran. So leise wie möglich, die Wand zu sägen. Stone musterte den Wächter mit der Skimaske. Der Wächter erwiderte den Blick. Schließlich fragte er, hast du ein Problem? Warum haben sie den kurzen Strohhalm gezogen, wenn ich fragen darf? sagte Stone. Sind sie im neuen Team oder sowas? Ich weiß nicht, was du meinst. Wovon du redest? Was für ein kurzer Strohhalm? Die anderen Geiseln beobachten nervös, wie Stone sich an die Wand lehnte. Der an ihn gefesselte Robi folgte seinem Beispiel. Der kurze Strohhalm, ja, sie müssen doch wissen, was ich meine. Die anderen haben sie hier gelassen. Die haben sie zurückgelassen. Nee, haben sie nicht. Es ist eine wichtige Aufgabe, euch alle zu bewachen, erwiderte der Mann. Es wäre besser gewesen, uns umzubringen, uns unter Drogen zu setzen oder so gut zu fesseln, dass wir nicht entkommen können. Warum jemanden für diese Aufgabe verschwenden? Ihr seid ein kleines Team. Warum teilt ihr euch nicht sowas auf? Warum hältst du nicht einfach die Klappe, du kleiner Sack? Ich meine ja nur, sie hätten wenigstens um Rückendeckung bitten sollen, sagte Robi. Der Mann schnaubte. Rückendeckung? Ich habe hier eine Maschinenpistole. Ihr alle seid aneinander gefesselt. Ein Schritt in meine Richtung und ihr alle seid tot. Und jetzt sag mir, wozu brauche ich da Rückendeckung? Für unvorhergesehene Dinge halt, sagte Stone. Aber das war ihrem Missionsführer anscheinend egal. Sie sind entbehrlich für ihn. Du weißt nicht, was du da redest, Alter. Oh doch, erwiderte Stone. Der Kerl an der hinteren Flanke geht fast immer zu Boden. Das ist nun mal die Natur der Bestie. Ihre Freunde kommen auf ihrer Flucht nicht wieder hier durch. Aber ich wette, genau das haben sie ihnen gesagt, oder? Die Schultern des Mannes verrieten seine Anspannung. Er schnaubte. Jetzt kennst du auch noch unseren Plan, oder was? Stone starrte ihm fest in die Augen. Die absenkbare Wand vor dem Bankeingang wird mit einem Schlüssel heruntergelassen. Charlie hatte einen Schlüssel. Sie haben keinen, denn ich habe gesehen, wie ihr Anführer ihn eingesteckt hat. Außerdem hat er den Einsatzschlüssel aus dem Schalter genommen. Also können sie die Tür nicht öffnen, um hier rauszukommen. Wissen Sie, was er da für Päckchen an der Sperrwand angebracht hat? Fragte Robbie. Der Mann starrte ihn an. Erwiderte aber nichts. Das ist entweder Semtex oder C4, das mit einer Sprengkapsel versehen ist, sagte Stone. Die ist scharf. Und ich wette, die ist so konfiguriert, dass man sie nicht entschärfen kann. Es sei denn ferngesteuert. Eine Handvoll Semtex kann einen Jumbo-Jet vom Himmel holen. Was glauben Sie, was diese Päckchen mit dieser Bank anstellen und allen, die da drin sind? Sie eingeschlossen. Und wozu sie anbringen, wenn ihre Kumpels auf diesem Weg abhauen möchten? Fügte Robbie hinzu. Weil sie eben nicht auf diesen Weg zurückkommen. Fuß ton fort. Bevor der Mann etwas erwidern konnte. Warum sollten sie auch? Da warten nur die Cops. Es ist genug Zeit vergangen, dass alle Welt weiß, dass hier etwas nicht stimmt. Er warf einen Blick auf die Bankangestellten und die Kunden. Alle diese Leute haben Angehörige, die sie vermissen werden. Es wird nicht lange dauern und Ihnen jemand erkennen hier, dass hier nichts stimmt. Halt die Schnauze, sagte der Mann. Aber die Hand mit der Maschinenpistole zitterte leicht. Ein vertikaler Schacht in einem Gebäude bietet viele Fluchtmöglichkeiten. Viele Etagen. So würde ich das machen. Und ich bin mir sicher, dass Ihre Freunde genau das vorhaben, während sie zurückbleiben, damit die Cops sie verhaften. Oder töten. Der Blick des Mannes schoss in Richtung Schacht und bestätigte Stone, dass er auf dem richtigen Weg war. Die anderen haben die Gebäudepläne. Die verraten ihnen die beste Stelle, an der sie aus dem Schacht rauskommen, wenn sie fertig sind. Masken und Overalls werden ausgezogen und ihre Freunde spazieren aus der Mall. Und weg sind sie. Einfach so. Er schnippte mit den Fingern. Aber sie nicht, sagte Robbie. Sie hängen bei uns fest. Und wenn jemand versucht, den Bankeingang zu öffnen, werden wir alle in Stücke gerissen. Wir alle. Sie auch. Einer der Bankangestellten fing an zu stöhnen. Ein Kunde unterdrückte ein Schluchzen und wimmerte leise. Der Maskierte leckte sich nervös die Lippen. Das meinte ich mit dem kurzen Strohhalm. Sie sind das Opferlamm. Vielleicht glauben die Cops, dass sie auf eigene Faust gehandelt haben. Schließlich wird ja keiner mehr am Leben sein, der etwas anderes behaupten könnte. Auf diese Weise kommen ihre Kumpels davon, während ihr Arsch geopfert wird. Für die Sache. Was immer das auch sein mag. Der Mann richtete die Waffe auf Stones Kopf. Ich sagte, halt deine Schnauze oder der nächste Tote bist du. Ich verspreche es dir. Im nächsten Augenblick stolperte er vorwärts, denn die Tür traf ihnen in den Rücken. Roby und Stone warfen sich gemeinsam nach vorn. Roby riss dem Mann die Waffe aus der Hand. Stone rammte ihm den Ellbogen gegen den Hals, was ihn zu Boden schickte, wo er liegen blieb. Die Tür öffnete sich ganz. Da standen Harry und Ruben. Ruben musterte den am Boden liegenden Maskierten. Ich würde sagen, das war verdammt gutes Timing. Perfektes Timing sogar, verpesserte Stone ihn. Harry schnitt die Geiseln los. Der gesamte Bankeingang ist mit C4-Ladungen versehen, Leute. Da geht keiner raus, bevor das Bombenkommando sie entschärft hat. Ich nehme an, draußen an der Glastür gibt es keinen Sprengstoff, sagte Stone. Ruben nickte. Stimmt. Aber ein Loch in der Wand, sagte Harry. Wir wussten, dass die Kerle von hier eine andere Etage wollen. Wissen Sie wohin? Fragte Roby. Zu einer Spendenveranstaltung im Penthouse, erwiderte Ruben. Da nehmen eine Menge Elite-Typen teil. Annabelle konnte sich dort einschmuggeln. Und das Ziel? Fragte Stone. Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, antwortete Harry. Stone und Roby tauschten in einem besorgten Blick. Weiß der Secret Service Bescheid? Fragte Roby hastig. Alex ist beim Personenschutz, sagte Harry an Stone gewandt. Annabelle hat aber noch keinen Kontakt mit ihm aufnehmen können. Ruben zog die Augenbrauen hoch und lächelte. Der Vizepräsident. Etwas ganz Alltägliches. Da rosten wir auf unsere alten Tage nicht ein. Der Aufstieg im Schacht dauerte nicht lange. Sie hatten ihn in einem Nachbau in der Anlage im ländlichen Maryland geübt. Jetzt in der Realität ging es schnell und glatt voran. Sie legten nur einen Halt ein. Es nahm wenige Minuten in Anspruch. Dort eine Öffnung in die Wand zu sägen. Dann ging es weiter. Es war besser, das Loch jetzt zu schneien. Auf der Flucht würden sie keine Zeit dafür verschwenden können. Während die vier Männer kletterten, gab Case die letzten Befehle. Nach Abschluss der Mission würden ihnen nicht viel Zeit zur Flucht bleiben. Der Schacht war gut isoliert worden, als man das Gebäude um ihn herum die Höhe gezogen hatte. Trotzdem wollte Case keine unnötigen Geräusche machen. Das Timing würde knapp sein. Sie hatten kostbare Minuten verloren, als in der Bank der Strom ausgefahren war. Aber er hatte für den nötigen Spielraum gesorgt, denn genau nach Plan nie. Beim Klettern sah er auf die Uhr. Ja, das geht, sagte er sich. Sie würden es schaffen. Sie mussten es schaffen. Sie erreichten die oberste Etage. Case gab dem Mann direkt unter ihm ein Zeichen. Alle hielten Ende. Case musterte die Trockenmauer unmittelbar vor ihm und schaute sich kurz die Konstruktionspläne für diesen Teil des Gebäudes an, die er auf dem Smartphone geladen hatte. Was Herr Saar bestätigte, ihren Aufenthaltsort. Er zeigte auf die Mauer und der Mann unter ihm kletterte an seine Seite und hielt sich an diesem Träger fest. Dann zogen sie Klingen aus dem Gürtel und machten sich daran, vorsichtig zu schneiden. Es würde nicht mehr lange dauern. Robbie Stone und Harry späten in das Loch, das den Schacht enthüllte. Ganz schön dunkel da drin, meinte Harry ganz leise. Und die Luft ist abgestanden. Je höher wir steigen, umso dunkler und abgestandener wird es, sagte Robbie. Harry öffnete seine Tasche. Leute, ich habe nur zwei Nachtsichtgeräte dabei. Robbie streckte die Hand aus. Eins nehme ich. Harry sah Stone an und sagte, ich nehme das andere. Stone dachte darüber nach. Sein Gesicht war abzulesen, dass er den Schacht ebenfalls hochklettern wollte. Dann aber fügte er sich ihrer Jugend. Haltet mich auf dem Laufenden, sagte er und flüsterte Harry zu und behalte meinen Lobbyistenfreund im Auge. Harry nickte. Sollten sie an uns vorbeikommen, lassen sie nicht an mir vorbei. Stone wog die Pistole in der Hand, die Harry ihm gegeben hatte. Das werden sie nicht. Aber vergiss nicht. Was nach oben geht, kommt nicht unbedingt wieder nach unten. Oder zumindest bis ganz nach unten. Während sich die beiden Männer darauf vorbereiteten, den Schacht zu betreten, nahm Stone sein Handy und tippte die Nummer ein. Er sprach eine Minute lang. Dann trennte er die Verbindung und sagte, viel Glück. Nach Stones Anruf schaute sich Annabelle verzweifelt im Raum um. Stone hatte sie über die neuesten Entwicklungen informiert, ihre Nervosität aber nur gesteigert, denn sie hatte Alex Ford noch immer nicht erreichen können. Eine Hand berührte ihren Arm. Beinahe hätte sie aufgeschrien. Es war Bob, der Mann, mit dem sie gekommen war. Ich habe nach ihnen gesucht. Ich möchte sie jemandem vorstellen. Annabelle holte tief Luft. Ich hoffe, es ist der Vizepräsident. Ich würde mein Leben dafür geben, ihn kennenzulernen. Bob lächelte. Das ist heute ihr Glückstag, Annabelle. Aber sagen Sie in seinem Beisein bloß nicht, dass Sie ihr Leben dafür geben würden. Das macht den Secret Service umso nervöser. Annabelle blickte strahlend. Meine Güte, wie aufregend. Du hast ja keine Ahnung, wie aufregend, dachte sie sich dabei. Tja, wenn Sie sich an mich halten, erleben Sie was. Er nahm sie beim Ellenbogen und schob sie vorwärts. Sie bogen um die Ecke. Und da war der Vizepräsident von Amerika. Und an seiner rechten Seite stand Alex fort. Als Alex sie erblickte, weiteten sich seine Augen. Annabelles panischer Ausdruck entfachte sofort sein Misstrauen. Bob trat vor. Mr. Vizepräsident, ich möchte Ihnen meine neue beste Freundin Annabelle Controy vorstellen. Der zweite Mann der USA streckte mit breitem, einladenden Lächeln die Hand aus. Miss Controy, ich muss Sie vor diesem Kerl warnen. Passen Sie in seiner Nähe gut auf. Bob lachte. Annabelle schaffte es, sein Kichern zu produzieren. Sie warf Alex einen Blick zu. Er starrte sie nur an. Ich weiß, dass es albern ist, Sir, aber darf ich ein Foto machen? Fragte sie. Ich habe mein Handy, ich kann es selbst aufnehmen. Ich weiß, dass es eine Spendensammlung ist und dass man mir ein Foto eigentlich in Rechnung stellen sollte, aber es würde mir schrecklich viel bedeuten. Der Vizepräsident lächelte noch breiter. Ich glaube, wir können eine Ausnahme machen. Annabelle zückte ihr Handy, stellte sich neben dem Vizepräsidenten, hob das Gerät und schoss ein Foto. Dann trat sie zurück und tippte schnell etwas ein. Ich schicke es rasch meiner Mom. Das glaubt sie mir niemals. In Wahrheit tippte sie eine SMS und die ging nicht an ihre Mom. Sie drückte auf Send. Einen Augenblick später summte Alex Handy. Annabelle starrte ihn beschwörend an. Dann richtete sie den Blick auf die Tasche, in der das Handy summte. Alex holte es hervor. Das Display zeigte mehrere nicht angenommene Anrufe von Annabelle, aber die SMS erregte seine sofortige Aufmerksamkeit. Attentat. Durch Schacht aus Bank. Oliver ist da. Los. Adam Case schnitt das letzte Stück Trockenmauer und Isolierung heraus. Ihm enthüllte sich die rückwärtige Ansicht einer ganz gewöhnlichen Steckdose mit der dazugehörigen Stromleitung. Case schraubte die Hinterseite der Steckdose auf und reichte sie an den Mann neben ihm weiter. Dann schaute er zu seinen beiden Komplizen direkt unter ihm, legte den Finger an die Lippen, beugte sich vor und spähte durch die Dosenschlitze. Zuerst erkannte er nur Knöchel und Beine. Als er schräg nach oben blickte, sah er Oberkörper, dann Kopf. Er erkannte ein Torso und den dazugehörigen Kopf und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Seine Insiderquelle war jeden Penny wert gewesen. Es war sein Glück, dass der Ablauf derartiger politischer Veranstaltungen so minutiös geplant wurde, während die Leute sich zugleich alle Mühe gaben, ganz zwanglos zu erscheinen. Aber alles war bis zur letzten Sekunde organisiert. Das galt auch für die Örtlichkeiten. Jetzt war der Fototermin dran. Dem Veranstaltungsplan zufolge sollte er in den nächsten 30 Minuten in genau diesem Raum stattfinden. Mit Klebeband brachte Case den Kanister an der Rückseite der Wand an, das eine Ende auf die Öffnungen der Steckdose gerichtet ist. Der Mann nahm ihm in Schnitt das Klebeband mit einer Schere ab, um jeden Lärm zu vermeiden. Sie werkelten, bis der Kanister unverrückbar fest hing. Der andere Mann überprüfte ein kleines elektronisches Kästchen an der Seite des Kanisters und legte einen dort befindlichen Schalter um. Sofort stand das Kästchen unter Strom. Der Mann zeigte Case den nach oben gerichteten Daumen. Case befestigte ein letztes Stück Klebeband an der Kanisterdüse, um sicher zu gehen, dass sie direkt auf die Schlitze zeigte. Zum Abschluss tätschelte er den Kanister und lächelte. Dann richtete er den Blick auf die anderen drei Männer und zeigte nach unten. Viele Meter darunter legte Robbie eine Hand auf Harrys Arm und zeigte nach oben. Harry schaute hoch und sah keine anderthalb Meter über seinem Kopf ein Seilbaumel. Er nickte Robbie zu. Beide Männer zogen ihre Waffen und kletterten die freiliegenden Strahlträger weiter hinauf. Beide Gruppen trafen direkt oberhalb der vierten Etage aufeinander. Die eine stieg nach unten, die andere nach oben. Es war ein denkwürdiger Zusammenstoß. Adam Case und sein Team waren in der Überzahl. Aber sie waren überrascht worden. Harry und Robbie nicht. Diese wenigen Extrasekunden erlaubten ihm Cases Team einen hohen Preis abzufordern. Case schrie auf und rieß die Fernbedienung aus der Tasche. Er richtete sie nach oben und hatte schon den Daumen auf den Kopf, als es geschah. Zwei von Robbie abgefeuerte Kugeln trafen ihn in Kopf und Herz. Cases Team hatte in der Höhe Seile und Flaschenzüge an zwei Trägern angebracht, um sich schneller abseilen zu können. Nun hing der tote Case noch einen Augenblick am Seil, bevor sein Griff sich löste. Zusammen mit der Fernbedienung flog er an Robbie und Harry vorbei. Er prallte zweimal von den Wänden ab, bevor er mit dem Dumpfen gegen die Bankfiliale aufschlug. Eine Kugel pfiff an Robbys Kopf vorbei und bohrte sich ins Mauerwerk. Harry traf den Schützen direkt durch die Linse seines Nachtsichtsgeräts. Die nächste Leiche stürzte ein, in die Tiefe. Aber diesmal war es anders. Der Getroffene prallte gegen Harry und riss dessen Hände los. Harry verlor den Halt und wäre ebenfalls in den Tod gestürzt, hätte sich nicht ein eiserner Griff um sein Handgelenk gelegt. Robbie hielt ihn fest, die andere Hand um eins der baumelnden Seite geklammert. Mitten in der Luft pendelte Harry hin und her, bis seine Füße wieder einen Stahlträger berührte. Er gewann das Gleichgewicht zurück und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Beide Männer schauten wieder nach oben, die Waffen im Anschlag. Scheiße, murmelte Robbie. Da war niemand mehr. Er betete, dass es weder Harry noch der Lobbyist war, richtete die Waffen auf die Körper und schob sich in den Schacht. Erleichterung durchflutete ihn, als er sah, dass es Fremde waren. Er zog ihnen die Masken vom Gesicht. Einer der Toten, natürlich kannte es, ton seinen Namen nicht, war Adam Case. Der andere war ein junger Mann, Mitte 20. Stone schaute sich seinen Hals genauer an, fand aber nicht, wonach er suchte. Er war jetzt ganz allein in der Bank. Ruben hatte sämtliche Geiseln durch das Loch, in der Mauer zur Toilette am Ende des Gangs gebracht. Sie hatten die Polizei und das FBI gerufen. Stone rechnete jeden Augenblick mit ihren Eintreffen. Sein Handy summte. Es war Harry. Zwei haben wir erwischt. Zwei sind uns entkommen, Oliver. Dann waren es insgesamt vier. Ja, ich habe sie gesehen. Stimmt mit deiner Rechnung überein? Allerdings. Ich glaube, die beiden sind in der vierten Etage raus, was immer sie da oben vorhatten. Sie werden ihren Plan nicht mehr durchführen können. Ich klettere rauf, um mich zu vergewissern, dass der andere Bursche, den du mir mitgegeben hast, sie auch verfolgt. Stone steckte das Handy weg und drehte die Leichnung. Da sah er sie. Die Fernbedienung. Vorsichtig hob er sie auf. Sie war batteriebetrieben. Er öffnete den Deckel auf der Rückseite und nahm die Batterien heraus. Dann setzte er sich in Bewegung. Den Bankeingang konnte er nicht benutzen. Er hatte keinen Schlüssel. Außerdem war der Eingang mit C4 vermint. Also nahm er denselben Weg, den Harry und Ruben geöffnet hatten und durch den die Geiseln entkommen waren. Durch das Loch in der Wand zur benachbarten Herrentoilette. Alex Ford las Annabels SMS und ergriff auf der Stelle die nötigen Schutzmaßnahmen. Er informierte die anderen Agenten über die Bedrohung. Dann wurde der Vizepräsident kurzerhand gepackt und buchstäblich aus dem Apartment getragen. Die anderen Gäste schauten verblüfft zu. Verlassen Sie bitte das Apartment, rief Annabelle. Rennen Sie nicht, geraten Sie nicht in Panik, aber gehen Sie bitte. Natürlich geriet jeder in Panik. Und jeder rannte. Annabelle sah, wie ihr Begleiter Bob auf dem Weg nach draußen zwei ältere Damen zur Seite stieß. Sie half den beiden Ladies zur Tür und schob sie hinaus. Dann vergewisserte er sie sich, dass die Wohnung leer war und schloss hinter sich die Tür. Mit dem Klebeband an die Hinterseite der Steckdose befestigte Kanister regte sich nicht, weil die Fernbedienung nicht mehr funktionierte. Zwei Minuten später erreichte Harry Finn den Kanister. Als er das Etikett sah, riss er die Augen auf. Sie hatten Glück gehabt. Großes Glück. Stone rannte die Treppen zur vierten Etage hinauf. Dort wurde er langsamer und konzentrierte sich. Die Leute, hinter denen er war, kannten ihn aus der Bank. Er hatte ihre Gesichter nicht gesehen. Obwohl, nun wusste er, dass er einer von ihnen doch gesehen hatte. Der Flialleiter war nicht in der Bank gewesen, als man die Geiseln weggeschafft hatte. Das bedeutete, dass er zusammen mit den anderen drei Attentätern in den Schacht geklettert war und das letzte Teammitglied unten zurückgelassen hatte. Und das wiederum bedeutete, dass der Flialleiter zur Bande gehörte. Deshalb hatte man ihn aus dem Raum gebracht. Nicht als Geisel, sondern als Teil des Plans. Robby schaute sich rasch um, schien irgendwas zu entdecken und lief nach rechts. Stone schaute sich weiter um, als sein Blick auf zwei Männer in Anzügen fiel, die sich einen Ausgang näherten. Einer der beiden Männer war etwas größer als der andere. Sie gingen gerade an einer Frau mit einem Kinderwagen vorbei, die erschrocken zusammenzuckte. Stone lief in die Richtung. Seine Hand lag auf dem Pistolengriff in der Tasche. Die beiden Männer hatten die Frau passiert und den Ausgang fast erreicht. Stone legte noch einmal Tempo zu. Die Männer traten in dem Moment durch die Tür. Lassen Sie Ihre Hände da, wo ich sie sehen kann, zischte er ihr zu. Sonst erschieße ich sie. Er drückte ihr die Mündung in den Rücken. Haben Sie verstanden? Sie nickte. Stone warf einen Blick in den Kinderwagen und zog die Decke weg. Darin lagen die Kletterausrüstungen, die Overalls, die die Männer getragen hatten und eine Maschinenpistole. Der zusammenklappbare Kinderwagen musste in dem Wäschekarren gelegen haben, den die Attentäter zusammen mit dem Rest ihrer Ausrüstung in die Bank geschoben hatten. Stone warf einen bezeichneten Blick auf den Nacken der Frau. In Ihrem Job ist es nicht ratsam, eine so auffällige Tätowierung zu haben? Irgendwie ist die verräterisch. Robbie hatte die vierte Etage durch ein Loch in einem Lagerraum betreten. Obwohl er Stone gegenüber abgeschritten hatte, kannte er den Grundriss des Einkaufszentrums ganz genau. Fast eine Woche lang hatte er die Maul ausgespäht. Jetzt war er unterwegs, um sich zu vergewissern, dass seine Zielperson auf dem Schachtboden in der Bankfiliale liegt. Man konnte schließlich nie wissen, als Robbie den Mann entdeckte, der durch einen der Gänge des Einkaufszentrums eilte und zweifellos nach dem nächsten Ausgang suchte, verringerte er sein Tempo und griff nach der Waffe in seiner Tasche. Plötzlich schaute der Mann zurück und erblickte Robbie. Er rannte los. Es war der Filialleiter. Er stürmte die Treppen hinunter bis zur Tiefgarage. Robbie folgte ihm. Die beiden Männer arbeiteten sich in den Untergang des Gebäudes vor, was Robbie nur recht war. Er brauchte keine Zeugen. Die Verfolgungsjagd endete in der ersten Etage, wo sich der Maschinenpark des Einkaufszentrums befand, weit weg von Autos und Kameras. Der Mann duckte sich hinter eine Betonsäule. Wer sind Sie? rief er. Robbie schwieg und rückte ein Stück näher heran. Der Mann feuerte einen ungezielten Schuss ab, der von einem Rohr an der Decke abprallte und sich in die Betonwand grub. »Ich habe Geld«, rief er. »Ich kann Sie bezahlen.« Robbie blieb ständig in Bewegung. Er verschwendete weder Zeit noch Konzentration darauf, dem Mann zu antworten. Er war jetzt nur noch der personifizierte Jäger. »Ich habe mächtige Freunde«, rief der Mann. »Wenn Sie mir etwas antun, bringen Sie sie um. Glauben Sie mir.« Robbie hielt sich links und eilte lautlos ein paar weitere Schritte vorwärts. Der Mann tat ihm einen Gefallen, indem er bettelte und drohte. So konnte Robbie seine Position ausmachen. Außerdem rührte der Bursche sich nicht von der Stelle. In einer solchen Situation an Ort und Stelle zu verharren, bedeutete fast den sicheren Tod. Der Mann gab einen weiteren Schuss ab, dann noch einen. Beide Kugeln bohrten sich irgendwo in den Beton. Robbie bewegte sich weiter nach vorn und leicht nach rechts. Jetzt kannte er die Position seines Gegners. »Ich bring dich um«, kreischte der Mann. »Du bist nur ein Bankkunde. Ich mach dich kalt. Hau ab und du bleibst am Leben. Das ist meine letzte Warnung an dich. Ich lasse mich nicht von dir einschüchtern. Nach den letzten Worten schaute er sich wild um und starrte in die Mündung von Robbys Waffe, die auf seinen Kopf gerichtet war. Seine Augen weiteten sich. Er riss den Mund zu einem Schrei auf. Aber dieser Schrei kam nie. Eine Kugel in den Kopf, eine ins Herz. Der Mann stürzte auf den Betonboden. Er war direkt tot, bevor sein Körper aufschlug. Robbie richtete sich aus der Schussstellung auf, wandte sich ab und ging. Auftrag erfüllt. »Saringas«, sagte Alex fort. Stone, Annabelle, Celeb, Ruben und Harry hörten ihm zu. Sie alle saßen am Stones-Kamin in dessen Häuschen, auf dem Friedhof, im T-Seien. Harry nickte. »Ich habe den Kanister im Schacht gesehen. Zum Glück hatten die keine Gelegenheit, um ihn zu benutzen. Um ein Haar hätten sie es geschafft«, sagte Annabelle. »So hast du es erzählt, Harry. Das war verdammt knapp. Der Mann hat die Fernzündung fallen lassen, weißt du ja. Als der andere Kerl ihn erschossen hat. Der Bursche hat doch mein Leben gerettet. Ich hatte den Halt am Stahlträger verloren und wäre abgestürzt. Aber der Mann hat mein Handgelenk gepackt. Harry blickte Stone an. »Ihr wart doch zusammen als Geisel in der Bank. Wer war der Bursche?« Stone zuckte mit den Schultern. »Ich habe seinen Namen nie erfahren. Er hatte eine Waffe dabei, die sie einkassiert haben.« »Also war er Cop?«, fragte Annabelle. »Er hat sich als Lobbyisten bezeichnet«, erwiderte Stone. »Wer immer dieser Bursche war, was ist aus ihm geworden?«, wollte Ruben wissen. Wieder zuckte Stone mit den Schultern. Anscheinend hat er sich in Luft aufgelöst. Roben schnaubte. »Du hast die Frau erwischt, bevor sie verschwinden konnte. Aber man hat die Leiche des Filialleiters unter der Tiefgarage gefunden. Zwei Schüsse, einen in den Kopf, einen ins Herz. Eine professionelle Hinrichtung«, meinte Alex nachdenklich. Stone wechselte das Thema. »Wie geht es eigentlich dem Vizepräsidenten?« »Ja, der ist in Ordnung.« »Und wer war der Attentäter?«, fragte Celep. Ein durcheinandergewirfelter Haufen. »Wir ermitteln noch.« Einer der Toten im Schacht hieß Adam Case. Ein professioneller Gangster, den man anheuern konnte. Für Geld tat er alles. Er war sogar bereit, Nervengas in einem Wohngebäude freizusetzen. Und die C4-Päckchen hätten das gesamte Einkaufszentrum zum Einsturz bringen können, wären sie gezündet worden. »War eine Sprengung der Einsatzplan für den Fall?« Alex nickte. »Wahrscheinlich. Wir verhören noch immer die einzige Überlebende. Die Frau. Wir konnten sie noch nicht identifizieren. Wir wissen nicht, ob wir es hier mit internationalem Terrorismus zu tun hatten oder ob die Sache aus dem Inland kam. Was wir bis jetzt herausgefunden haben, lässt den Schluss zu, dass es eine Mischung aus beidem sein könnte. Das ist ein furchteinflößender Gedanke. »Der Flairleiter?« sagte Ruben. Und Alex nickte. »Wer war er?« »Bashir Tufail, ein Pakistani. Reiste vor acht Jahren ein. Keine Vorstrafen. Ein ehrlicher, gesetzestreuer Bürger. Zumindest soweit wir wissen. Ich habe ein paar Gerüchte gehört, dass unsere Freunde bei der CIA ein bisschen mehr über ihn wissen als wir. Aber sie sind nicht sehr mitteilsam. Eine Zelle? Ins Land eingeschleust, damit er irgendwann aktiviert werden kann?« sagte Harry. »Um den Vizepräsidenten von Amerika zu ermorden.« »Das vermuten wir, ja. Der Bursche hat seit vier Jahren für die Bank gearbeitet, aber in einer anderen Filiale. Er hatte sich freiwillig gemeldet, um Samstag in dieser Filiale zu arbeiten. Weil die Typen wussten, dass der Vizepräsident die Veranstaltung besucht. sagte Annabelle. Darauf hat er sich vorbereitet. Davon gehe ich aus. »Und die CIA könnte wissen, dass er in Wirklichkeit gar nicht so gesetzestreu war?« meinte Stone nachdenklich. »Das ist ja interessant.« Ruben musterte ihn aufmerksam. »Diesen Blick kenne ich doch. Was stört dich?« »Nichts«, erwiderte Stone. »Ich bin nur erleichtert, dass wir dort alle lebendig herausgekommen sind und dass es einen Terroristen weniger gibt. sagte Celep. »Ein weniger?« wiederholte Stone. Nachdem alle gegangen waren, saß Stone an seinem Tisch und las, als er ein Geräusch an der Tür hörte. Er schob die Hand in das Geheimfach unter dem Schreibtisch und zog die Pistole hervor. Dann ging er in die Hocke und wartete. Stone hatte grenzenlose Geduld, aber nachdem 30 Minuten vergangen waren und er nichts mehr gehört hatte, hauschte er zum Fenster und später hinaus. Niemand stand auf seiner Veranda, aber ein Stück Papier war an der Tür gepinnt worden. Stone öffnete, riss den Zettel ab und faltete ihn auseinander. Die Nachricht war kurz. Stone hätte auch nichts anderes erwartet. Sie waren nicht mein Ziel. Das war Tufal. Wir kannten ihren Plan nicht. Wir hatten Glück, dass wir beide da waren, als dieser Plan ausgeführt wurde. Sie sind ihrem Ruf wirklich gerecht geworden. Übrigens habe ich Shane ihren Gruß ausgerichtet. Er würde sie gerne einmal sehen, um über alte Zeiten zu plaudern. Sind sie interessiert? Stone hob den Blick und schaute sich auf dem Friedhof um. Ohne einen Anhaltspunkt zu haben, wusste er instinktiv, dass er beobachtet wurde. Tausend Meter entfernt senkte Will Robbie, der selbst ein ausgesprochen geduldiger Mann war, das weitreichende Militärfernglas. Dann lächelt er und macht sich auf den Weg, um die Botschaft zu überbinden.